denn einen wunderschönen guten morgen und allen einen wunderschönen vierten schon mal versprochen Oh Trax Simulator am Sonntag Bedrohung Wenn man einen Wunderschönen Achtung In den Karten Säkert 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 laute musik laute musik User joined your channel Hey Ein wunderschönen Mach nochmal was Mach nochmal Ich habe es hinbekommen mit der Software Für dein Pad oder was? Ne mit der Dings Hier Spedition Achso und 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 was? Ja das gleich mein Auftrag also den ich angenommen habe hat er gleich in die Spedition hat er Da in das Programm hat er dem gleich gesagt was für einen Auftrag ich angenommen habe und sowas alles Sondern muss ich halt nur in dem Programm muss ich sagen hier ja will ich Also den Auftrag habe ich wirklich angenommen Moin buchen Jo ich kann mich da schon wieder nicht anmelden Ich weiß nicht Ich fährt mal mit den und die ersten Platschen bei ihm nochmal Geht schon ehrlich Hast du das Video gesehen? Ja Ich weiß jetzt auch woran es liegt Hast du mal gesehen wie schnell der beschleunigt? Jaja Ich weiß jetzt auch woran es liegt Dass ich nicht schneller als 90 fahren konnte Wenn du diese externen Aufträge annimmst dann kannst du nicht schneller als 90 fahren Das ist ja habe ich doch gesagt Und auch schon wenn du ihn schon angenommen hast und den Auflieger noch abholst Boah das ist ja bescheuert Aber das Video ist im Ford 4000 PS möglich Ja Im zwölften Gang Also ne wirklich nur im zwölften Gang fahren und Vollgas durch Ich werde jetzt noch zwei Aufträge fahren Ey buchen das ist unfair nein so schlecht fahr ich auch nicht Solange mein Controller reagiert fahr ich nicht schlecht Gestern ey ich habe so ne teure Fracht hinten drauf gehabt 120.000 Euro Und was passiert Mein Controller reagiert nicht und ich habe nicht schnell genug Mit der Tastatur reagiert Volle Kanne In die Leitplankereien genagelt Mit 90 Achso du musst dich auch mit dem Passwort glaube ich einloggen was ich da dir eingestellt habe eingestellt habe Wie buchen du fährst auch? Nick Okay Disconnected er einfach Cool Ja da bin ich wieder BB Musst du nicht das Passwort eingeben was ich da eingestellt habe? Ne ich komme ja nicht mal in die Spatfow Software rein Das ist ja Aber sobald ich jetzt bei den anderen auf den Channel gehe Deaktiviert er das Mikrofon bei dir hier Also komplett muss ich wieder ausmachen und wieder aktivieren Also irgendwie wieder neu einlaufen Ne eigentlich musst du nur oben hier Oder ein TS Ja macht er nicht Macht er nicht So Er macht das als wenn du gar kein Mikrofon angeschlagen hast Ne ich meine jetzt beim einloggen Du hast doch den einlog Bildschirm da Richtig? Ja genau Wo du dein Nickname und das Passwort eingibst Und da gib mal das Passwort ein Was ich dir gegeben hatte Also Äh 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 Ja war das Hier Dings Wie du deinen Namen da geschrieben hast Ach warte ich halte eben rechts an Du weißt doch ich hab ne Ich Gedächtnis und so für sowas Ach 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 Wo ist es? Aber ich muss mich doch erstmal in die Spatfow Software einloggen Aber das funktioniert doch nicht Das funktioniert doch nicht Kannst du mir gleich aus Das müsste dein Passwort sein Das soll mein Passwort sein? Ja ich gucke mal Copy V Ach quatsch Na echt jetzt? Was steht jetzt hier? Äh wenn ein Aufstrahl fortzusetzt werden soll Aber eine Beschädigung einmal angeklickt werden Wir hoffen das ist gut Bitte geben sie ein neues gewünschtes Passwort ein Was? Was? Na nochmal Äh äh Tau Also der ist gleiche Ok Passwort geendet Wieso konntest du mein Passwort beenden? Weil du dich bei mir beworben hast Was für ein Da hab ich eben gerade erst drüber nachgedacht Äh wo ist denn jetzt mein Ach da Ich hab sogar deine Geschwindigkeit Ja ja Ich hab gerade angehalten und bin wieder losgefahren Was? Ich bin wieder losgefahren? Nee doch nicht Nee Ach so das rote ist Tempomark Tempolimit Oh Ja Was sagen Das mach mich hier nicht wach Ey das ist ja geil Ich sehe sogar noch wie viel Sprit du drin hast Ja Und wenn du jetzt einen Auftrag annimmst Äh Dann äh Konvoi Aktuell unterwegs Konvoi steht hier Ja Aufträge Ich sehe zum Beispiel dass du eine Leerfahrt hast Ja genau Habe ich gerade irgendwo in Stuttgart rumhängen oder so Warte mal ich muss jetzt mal gucken jetzt Ich muss eben kurz erst mein Dings-Bord hier eröffnen Äh So ich bin genau ich bin in Stuttgart Ich wollte hier eigentlich Ich muss das Spiel mal leiser machen das ist mächtig laut Im Gegensatz zu du So jetzt kann ich auch weiterfahren Ja Du musst ja auch auf 100% das Spiel ne Kann man ja ruhig mal auf 35-400 Hehehe Oh Vor mir hat sich gerade ein Auto überschlagen GG Ja ähm Vorhin ist es halt wie gesagt Vor mir eine Tolles Alter deine Was hast du denn für Musik im Radio bitte Ne hier Cool sagt was Und Masi-Moto irgendwas Ja Ich kann dir nicht helfen Ja das muss ja von dir sein hier Musik So im Dings Äh Ich hab Youtube beim laufen Mö Ich bin mal ein Richtung Marseille Marseille? Ach du Scheiße Ich bin von Hannover losgefahren 50 Millionen Kilometer pro oder was? Ja Hä, wir sind gar nicht auf einem Server Ich bin EU-2 Oh, aber er zeigt uns nicht an, oder ist das hier nur ein Umkreis von... Umkreis 7x... Er zeigt uns an, Ranger, Evendip, Beta-Rider, Scary, Kurzer 0.9 und 5 Meter Cook Das ist, siehst du doch, ab 750 Meter verschwinden die Ach so Weil ich kann's ja hier über die Tab-Taste gucken Jaja, das ist im Umkreis von 750 Meter Mhm Ach, das merke ich nicht Sind schon wieder Sachen, die halt morgen vergessen, Rona Hahaha Wie viel haben wir denn gerade zum Besparsen eigentlich? Äh, jetzt haben wir schon... 3 Oha, ist auch so viele? Ja, ich hab gerade erst angemacht Dann muss ich ja noch... Osten gleich, warte mal Wollen wir erst mal, wo geht denn die Tour hin? Die geht nach... Frankfurt, ne, fahren wir nach Frankfurt Ah, ich mach auch die World of Trucks Aufträge Achso, ne, ich mach hier... Ich fahr mal zum Lokalen und fahr gleich weiter Geht am schnellsten, fährst von einer Stadt in die nächsten Du hast mal fix 5-6.000 Dollar, äh, Euro gemacht Bevor ich hier jetzt 5 Stunden unterwegs bin, weißt du? Oh, ich hab gestern schon den... ...nächsten Talker sehen, den ich mir holen will Und ich kann ihn mir schon holen Am Levelwert Ja, Farben hast du ja jetzt genug Die kosten zwar ein bisschen was Ich glaub mal 60.000 oder so, aber... Und ich, Sven, dankeschön für dein Follow Aber ich werd gleich mal einen Host anschmeißen Ähm... Ja, hier, äh... Der... Volvo FH16 Äh, nein, ügeliges Auto Der hat die höchste Leistung Ja, aber es ist trotzdem ein ekliges Auto Kann ich mal... Wie ein Mercedes MP7 Ist der überhaupt schon implementiert im Spiel? Der neue Also, es ist der leistungsstärkste LKW Ja, und? Scheiß drauf, Alter Am liebsten würde ich ja den Scania, den 720 Ja, der ist richtig Porno Manche Mods sollen online funktionieren Ich hatte das nämlich vorhin bei einem Steam Workshop gelesen Das ist, welche... die online funktionieren Auch, äh, hier mit, äh, Motorleisten und sowas Darum überholen uns hier manche auch mit 180 Also, gestern hat mich einer überholt Da bin ich 140 gefahren Und der hat mich mit Aufflieger noch überholt Ja, ich sag ja, das ist... Da dachte ich so, alter Schwede, ey Ja, zwei... Du darfst dann aber auch nicht lenken Zwei Kurven später lag er beiseite Ja Da stecken muss ich die Kurve Das ist doch die Tradition Ich müsste mal so langsam, glaub ich, tanken Ja, ich auch Hört sich grad, mein Tank ist nur noch... Pfff... Ein Viertel, wenn überhaupt So, jetzt erstmal... Achso, das muss ich ja irgendwie über den Computer machen Über Handy geht das nicht Über die App Ach... Ist da hier irgendwo was krankenmäßiges in der Nähe? Oh, geht ja... Und bald... Der Lafter... Warum? Wo mein Frauchen lacht... Bei uns herrscht ja die nordische Tradition Und am Weihnachtsbaum hängt jetzt ne Gurke Wer die Gurke findet, kriegt ein Geschenk Ja, so... Das ist ja so die Tradition Oh... Ah... Ne... Automod... Warum fahren denn hier manche einfach noch mit nem leeren Tieflader rum? Das frag ich mich auch immer Ja, weil da keine Ladung drauf angezeigt wird Die haben dann den Mod für Schwerlast oder so Wo denn... Der Panzer, der in der Haupe drauf steht Achso... Und die wird ja nicht angezeigt Ah, okay... Oh, irgendwas ist hier mit meinem Switch Mod schon wieder... Was meckert ja da rum... Ist mir egal... So, da kommt jetzt rein... Der Hoss... Der Hoss? Der Hoss den Hermi Hermi... Hier... Von Ender Wo ist der Hermi? Wie ist der Mann? Oh... Rps... Ojojuiuiui pit Samsung Alter was was für ihr babys mine an dein Länger Was? Was nen Knopf Das sieht aus... Wenn da einer ran gerotzt hat wird nur der Hebel aber anderen Seite zuerst geben Weil ich hab mir zu doof es die Füße zu benutzen Hahaha Ach, schön Ja, aber da du ja sowieso Probleme mit deinen Knie hast, macht das wahrscheinlich schon wieder Sinn Du alter Krüppel. Du hast ja schon wieder den rechten Spiel an Ja Du bist so faul, bis die Kamera zu bewegen, Köter Ach ne, gut, das kann er wieder zu Moin Krio, schönen 4. Advent hier Hier, ich hab beide Hände am Controller Ja ja, am Controller ist klar So wie wieder beim Thema Gurke werden, ne? Oh, hab ich jetzt eigentlich die Tankstelle verpasst, oder? Da war noch gar keine Und die nächste Gar nicht In Marseille, oder Richtung Marseille, gibt's keine Tankstellen Ja, ich glaub ich fahr mal doch eben kurz Richtung Frankfurt ab Danke dann doch Hast du mal auf ein Map geguckt, wo die nächste ist? Ja, ziemlich weit weg Nee Muss auch demnächst… Ich bin gleich im roten Bereich Ich auch Weil wenn ich hier wieder Vollgas durch den Gegend hätte, dann wäre mir schon der 30. Tank immer so schnell leer. Aber du hast jetzt schon einen Auftrag angenommen oder nicht? Ich fahr grad ja noch ein Ding zu mir hier von Stuttgart erstmal. Ne von Stuttgart nach Frankfurt oder so. Weil wenn du nämlich einen Auftrag angenommen hast, musst du den ja auch im Programm bestätigen. Das ist nicht automatisch. Also ich muss den jetzt raustappen ins Programm. Ja und dann müsste er dir sagen, dass du von da nach da einen Auftrag angenommen hast. Ja hat er, genau. Dann musst du rechts noch auf den grünen Pfeil da drücken. Ja, hab ich grad gemacht. Erlädt. Boom, so ganz genau kann ich dir das noch nicht sagen. Weil wär das jetzt heute erst... Boah, was ist denn hier in Frankfurt los? Boah, da fahr ich auch grad hin. Ist ja so viel lose. Alter, viele 17 Leute hocken hier rum. Boah, das gibt doch... Wie hat sich an dem Kino? Das gibt doch wieder Theater, mit Kollisionen. Ja, in E blitz und nicht in... Sie spielen. Ich kriege gar keine Tankstelle in Frankfurt. Du kannst doch erst auf einem Map gucken und dann... Ja, hier war ja was Grünes. Aber das Ding-Symbol. Wie ist das denn? Heimatsymbol Doch da hinten Oh, jetzt hat der auch noch Vorfahrt Der fahr auch mit deinem Glas Alter, was die hier mit ihrer scheiß Skodas durch die Gegend fahren Ach, das ist dämlich ein Mensch Schrecklich, so eine Leute Aha, ist hier Jetzt sehe ich nämlich, dass du von Stuttgart nach Oh, ich habe einen Iveco-Händler gefunden Ich habe aber nicht wissen Ich brauche unbedingt mehr Level-Punkte Ich brauche unbedingt einen fetten Motor Jetzt ungewohnt Offline gespielt mit 2.000 oder 4.000 PS Und jetzt fährst du hier mit 400 PS durch die Gegend Ach, da, doch, da kommt eine Tankstelle Oh, jetzt geht das in unsere Gemeinde oder mit Kassel denn oder wie oder was? Genau Ach, ist ja krass, weil ich habe jetzt noch 285.000 Ich habe noch 125.000 Hab ich überhaupt geladen? Ach, 16 Tonnen Bohrsäure Ja, ich habe auch sauviel drauf hier Äh, falsche Kassel 17 Tonnen gebrauchte Autobatterie Das mit dem Mini-LKW Hast du denn schon neue Farbe raufgespielt jetzt mit deinen Schwagen eigentlich? Nee, noch nicht Ich will erst hier die Dings Da muss man gucken, sind ein paar hübsche bei Geht wieder den Tankfisch dann, sie sollten tanken Hey, Narkose, danke schön für deinen Host Danke schön Ich habe gar nicht gesehen, dass du gestreamt hast, Narkose Moin, schönen vierten Advent Boah, eigentlich müsste man sich ja noch so eine Adventsmusik anmachen Moin, Säka Also mit dem Mikro ist so geil, ne? Wenn du nur in eine Richtung aufnimmst, den Sound vom Spiel dörst du nicht, oder? Wenn ich quatsch? Ne Narkose, danke schön für deinen Follow Game DJs, danke schön für deinen Follow Der Sound ist cool, ich weiß Jetzt geht los, doch Jetzt werde ich langsam der Lüß Pika, danke schön für deinen Follow Du wirst nervös Das sind ja so viele Leute Das bin ich ja gar nicht gebound, nicht Doch, wo ich die Sto-Stata gestreamt hab, waren auch von jetzt auf gleich mit mal 50 Leute da Dann war ich auch ein bisschen nervös Ich war den einen Tag nervös, weil Krummel mich gehostet hat mit 300 Leuten Ja, Krummel ist ja auch nicht ganz dicht, was sowas angeht Der kann ja uns Kleine nicht so überfordern Ja Doch, jetzt muss ich aber dringend tanken Ja, ich auch, also ich bin jetzt im roten Ich schon lange Ach du Scheiße Undi Tim Dankeschön für deinen Follow Aber wenn ein Tank leer ist, kannst du dich glaube ich auch holen lassen, ne? Auch irgendwas Irgendwas war da, ich weiß ja nicht mehr wie das war Du, ein Tank voll dein Auto Ich fahre 130 über die Bahn Der Tank ist doch gleich leer, wenn ich gut weiter mache Aber dieser Skoda kann doch nicht so einen riesen Tank haben, fahr da jetzt los Cool, von dem LKW drehen sich die Reifen, aber er steht auf der Stelle Ja, dann hat der, äh, Connection Probleme würde ich sagen Oh, ne Tankstelle, ne Tankstelle, ne Tankstelle Oh Danke, 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 danke Danke, 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 danke Danke, 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 danke Danke, 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 danke Danke, danke, danke Alter, wie viel passt denn da rein, du siehst du 1,46, so viel bezahle ich ja nicht mehr für Super Plus, Alter, aber Gestern habe ich für 1,60 getankt in Frankreich Alter Habe ich auch erst, das habe ich ja später gesehen, dann war der Tank schon voll Ja, ich mache jetzt auch einfach voll, so, Kraftstofftank ist voll, okay, go, go, go Mal fix, 1000 Dollar, äh, Euro für Tankkursen geben Bandit, Dankeschön für deinen Follow Ah, wie viele Follow denn da jetzt heute noch, das ist ja Narkose hat ein paar mitgebracht Das, die übertreiben es ja förmlich, du Entенная Ahaaa Gestern ist mir wieder einer extremst in der Karre reingefahren, Narkose, aber der hat sich so schnell zurücksetzen lassen, dass ich den nicht reporten konnte. Gestern hat doch Spike oder wie er heißt, einfach mal auf der Autobahn bei 100 Ongers vor mir voll den Anker geschmissen. Moin Richieplay, schönen 4. Advent. Ja, in Polen 1.22. Bei mir ist einer bei 90 und der ist einige schneller gefahren. Er hat mich dann überholt, ist mir an die Seite reingefahren und wir haben uns dann beide auf die Seite gelegt und er ist noch mit dem Führerhaus über die Mittelleiplanke rübergeknallt. Eve, danke schön für deinen Hose. Danke schön. Oh wow. Warum kommt mir jetzt mein LKW nicht auf den Knick? Und auch den Leuten von Eve einen schönen 4. Advent. Ja, von 4 auf 22 Leute, das ist krass. Und jetzt kommen noch die von Eve dazu. Oh geil. Danke, danke, danke. Hoi, mein. Hi. Hallo Kelekidee. Hallo. Hi, Mami. Warum kann sie ja zimmeran? Habe ich dir schon mal gesagt. Zimbolationssonntag. Es ist der SS-Sonntag, Immobationssonntag. Achso, bei dir war keiner. Ich dachte wir schluten das Bäumchen weiter. Hab ich dir gestern gesagt. Mein Bäumchen ist fast komplett auf diese 4, also die ganzen Dinger die man ran hängt. Fehlen nur noch zwei Sachen. Alter, hier Frankfurt ist ja die Hölle los. Warum sind hier so viele Menschen? Hitchi, danke schön für deinen Follow. Lass mich ja überall in Ruhe. Haut ab. Vor allem, wir fahren weiter E25. So bist du. Jetzt muss ich mich hier alleine bestehlen, ja? Wieso? Da unten sind doch auch noch welche hier. Martin oder so. Weil hier ist... Ich bin schon so allgemein. Boah, da guck mal einmal kurz auf den Chat schon zieht einer in den Gegenverkehr, ey. Boah. Das wäre schon leicht, oder anders geworden, ey. Wieso, wir spielen doch gar kein Deathblade gleich. Ohhhh. Oh, was ist das? Woah. Alter Schwede. Oh. Das war gerade... Ich glaub, hätt' ich nicht gebremst wär' das hier ein böses Unglück gewesen. Wie lange hast du gestern noch gemacht? Ich? Ich bin um drei jetzt weggegangen. Ja, okay, dann ja was halb zwei. Ich hatte aber absolut keinen Bock mehr nach dem, weil unser Besuch weg war. Ich habe nur noch auf dem Sofa gelegen und zur Platze geguckt. Jetzt steht hier auch einer. Neue Anbauteile verfügt gar nicht, aber das haben wir jetzt genauso viel Schrott und alles was hässlich aussieht. Ey, die machen einen Angst, so wie die einem hier entgegenballern, ey. So, ich muss jetzt erstmal fix, wenn wir eine neue Farbe raufschmeißen, der Wolf gefällt mir nicht mehr. Tocca, dankeschön für deinen Follow. Also, die hupen hier alle und fahren wie die Schweine, ey. Das ist so. Ey, ich fahr auch ihm grad vor, wo ich aus Frankfurt wieder raus war. Ja. Ja, wer hupt, braucht nicht blinken, weißt du? Wer hupt, braucht nicht blinken. Fast so gut wie das mit deinem Gummibärchen. Denk da nicht dran, sonst hast du wieder eine halbe Stunde Nacht und die Zuschauer wissen sich, was du von dir denken wolltest. Ja. Warum ziehen... ey, ich fahr doch hier in Frankreich und nicht in England, warum fahren die alle auf meiner Spur? Ist das in Frankreich vielleicht auch andere? Ich glaube, in Frankreich ist kein Linksverkehr. Ja, in Frankreich fahren die genauso wie die hier bei uns. Ja, das ist ja auch, aber irgendwie... oder die haben alle zu viel hier in England gezockt gerade. 50.000 Posten, die Wikinger fahren und das Deutsche am Paket, weiß ich nicht. Kleine Nudel, dir auch einen schönen vierten Advent. Willkommen auf dem Stream. Boah, das sieht ja täglich Porno aus, Alter. Liquified Dreams, Alter, sieht das krass aus. Goldener LKW, Alter, was ist denn? Boah. Wie geht die Lkw? Jetzt gleich. Ehm... Also, ich bin gerade Richtung... was hab ich gesagt? Wen ALEXI unterwegs? Rechnung Marseille. Auf EO2. Boah, jetzt fängt das hier an zu lecken, warum fängt das hier an zu lecken? Wie viele Leute unterwegs? Wir waren gerade nur 7. Ok. Dann ist einfach dein PC scheiße. Hey. Da, dass du vorher nicht da warst, dann hätte ich Thomas zu dir geschickt. Ich habe mich gefragt, ob er von seiner D-Festplatte, die recht voll ist, ob seine externe Festplatte Windows raufziehen kann und das dann von da aus laufen lassen kann. Dein fucking Ernst? Ja. Es funktioniert, aber ich würde es niemals tun. Da habe ich zu ihm gesagt, bin der Meinung, dass man nicht einfach Windows kopieren kann und auf eine andere Festplatte sozusagen ausschneiden. Nee, das geht sowieso nicht. Er hätte es neu installieren müssen, quasi auf der externen Festplatte. Ja genau, das habe ich ihm auch gesagt. Das habe ich ihm auch gesagt. Er wollte es ja einfach noch rüber kopieren. Nee, das geht nicht. Das ist aber auch das letzte, was ich machen würde. Das allerletzte. Windows auf eine externe hauen. Ach, jetzt wird hier schon rechts überholt am frühen Morgen. Will der Auftritt? Oh, was will er denn jetzt hier? Irgendwann soll er gut spielen? Ja, ich weiß. Ich wache es doch auch. Der ist schon wieder. Der ist jetzt schon dreimal an mir so vorbeigebrettert. Ja, der will dich ein bisschen poppen, will er nicht? Das ist mir egal. Der soll mich in Ruhe lassen. Gib ich einen Säure über den LKW. Genug dabei. 16 Tonnen. Also hör mir, ich weiß nicht, was heute dein Problem ist, ne? Fahrt das erste Gefängnis. Ich habe noch gar nicht heute gespielt. Hm? Dieses Vorurteil. Nein, ich wollte heute einfach nicht spielen und gut. Weil ich mir vorgenommen habe, sonntags keinen VOT zu spielen. Nein, das geht nicht. Also der Anti-VOT-Sonntag. Also zumindest im Stream kein VOT. Sonst könnten die Leute ja sehen, wie schlecht er ist. Den bin ich eben auch schon mal vorbeigefahren. Ich habe hier Lüftungsschacht, 14 Tonnen, von Frankfurt nach Dortmund. Was ja nun mal ein paar Kilometer hin sind. Ja. Da kriege ich aber 6122 Euros für. Nehme ich doch gerne. Immer gern gesehen, ne? So, dass hier ein Kleinscheiß ist. Denk dran, das wieder im Dings zu aktivieren. Ja, warte. Ja, zweiter Monitor bitte. Hast keinen? Hau dich gleich. Ich frag mich nur, woran es liegt, dass ab und zu dieser Controller nicht reagiert. Weil der scheiße ist. Ey, das ist ein Logitech-Controller, der ist gut. Ja, sowas konnte Logitech noch nie. Der hat die besten... Von, jetzt... Der ist auf einer Ebene... Soll auf einer Ebene... Hier laut Computerbild und sowas alles... Ähm, mit dem Xbox... Controller sein. Das halte ich für ein Gerücht. Hätt halt nur nicht den Schnurlosen, sondern den Kabel nehmen sollen. Ähm... Alter, warum stellt er sich denn jetzt hier in den Ausgang? Ach, ne? Na, hier steht jetzt... Exzellenze, genau in dem Ausgang, oder vor dem Ausgang, wo ich raus müsste. Für meine Tour. So ein Vollwichser. Also kommt man da nicht raus, der passt. Bist du denn noch in der... Kollisionszone? Also in der neuen Kollisionszone, oder? Ja, er steht in der Kollisionszone. Ich... Äh... Ich... Also wenn ich jetzt rausfahren würde, würde ich ihn rennen. Hm. Kommt's auch nicht dann irgendwie... Rechts oder links dann vorbei, oder? Nö. Nö, jetzt fährt er los. Oh Gott sei Dank, dieser Fliegel... Äh... Kann man sich denn in der Ausfahrt stellen, ey? Ich stand vorhin auch ein bisschen zu weit vorne, dass einer nicht reinfahren konnte und bin ich rückwärts gefahren. Ich hab das erst nicht realisiert. Boah, ja, jetzt fahr doch zurück mit deinem Kack-Lkw. Jetzt hat der Controller wieder nicht reagiert. Aber es war... Es war knapp. Vielleicht hat's noch gerettet. Du riechst dich ja bald so auf wie bei WOT. Ja, wenn die Leute... Du fährst aus nem Grundstück raus und die... ...parken quasi an der Einfahrt, dass du nicht rauskommst. Und erstellen sie am besten noch in die Einfahrt. Wie behindert kann man denn sein? Äh... Ich fahr nach Marseille. Will's? Geschwindigkeitsüberschreitung? Wer war denn hier? Ach 80. Ach so. Ups. Auf die 500 Euro reagier ich schon gar nicht mehr. Ey, ich dachte da wär 90. Ach, ich bin ja schon wieder... Ach, das war ja schon wieder Übergang hier in die Schweiz. Aaaaah. Sittem. Hör nie. Also gestern sah ich noch. Haha, ihr kriegt mich die zwar nicht. Aaaaah ey. Ich wurde da jetzt schon fünfmal geblitzt an dieser Stelle. Fünfmal. Äh, Frankreich. Ach, dann fahr ich jetzt halt nur 85. Ja. Dem wollte mich einer überholen mit einem älter Werf. Fuck, jetzt hast du dir gegeben. Haha. Jetzt kommt er aber von hinten an, die hier mit den Kurven hochhemmern, ne, auf die Autobahn rauf, Alter, ich versteh das nicht. Ähm, ich bin gleich für den Bern. 90, 95, 100. Ah, ich bin an der Stelle, sehe ich gerade auf dem, äh, FPH, an der Stelle, wo ich geblitzt worden bin, bin ich sogar 92 gefahren wegen bergab. Oh, das ist jetzt aber kritisch. Jetzt müssen wir die Firma zumachen, geht so nicht weiter. Ja, ja. Ich bin schon wieder 130 gefahren und dann kommt hier ein Blitzer mit 80, ne. Ich warte ja immer noch auf die Antwort von Benni, ob ich nicht wirklich doch hier, äh, mein Launchpad mit TS verbinden kann, da sind so geile Sounds gefunden. Ich hab leider noch keine Kurzwahl-Tasten, sonst hätte ich jetzt schon wieder was abgespielt. Da war ich noch zu faul für mir da irgendwelche Hotkeys für zu legen. Ja, klar. Yves, bist du noch da? Ich kann gerade nicht. Hey Yves, nicht Nick. Ich hatte gerade Staubsauger an Hammnadeln, Entfernung und so. Dafür haben wir ein Künstlerchen. Was sagst du? Ja, das ist Viva la France. Wir haben einen Künstlerchen Tannenbaum. Ja, wir auch. Und trotzdem nadelt er. Weil ich habe ja clever, wie ich für eine Lerche bestellt, weißt du? Das ist das nächste Jahr nämlich mit den Nadeln nicht so, weil das ist alle ab. Und dann verkaufe ich den als Bausatz und sage hier, zum selber basteln. Ein 5000-Teile-Puzzle sozusagen. Wie kann man um diese Uhrzeit so drauf sein, ey? Ach du, ich kann das auch. Der kann das immer. Oh nee, ich habe noch nicht mehr meinen ersten Kaffee auf. Ey, ich habe beim letzten Mal, letzte Woche Samstag, wo ich gestreamt habe? Oder war es auch Sonntag? Nee, Sonntag war das auch. Sonntag, ja. Simo-Sonntag. Genau. Ey, ich habe einen Lachflash wegen dem bekommen. Das geht gar nicht mehr, ey. Wenn ich irgendwelche lustigen Sachen erzählen würde. So ganz trocken raus lässt er deinen Spruch, ey. Ja, so eine Tütegummi, jetzt musst du dir das aber wirklich mal vorstellen. Die wird zu einem großen Klumpen und kommt dann so wieder raus. Oh Mann. Oh Mann. Elbis oder grünes? Oder doch die roten. Boah. Bei mir ist hier gerade ein Baum durch die Farbe angewachsen. Du solltest weniger von dem Zeug nehmen. Nein, das war da wirklich gerade. Ja, auch wenn es wach ist. Lass uns rein. Hermi, weißt du wie das am besten funktioniert? Mit Betrunkfahren? Einfach ein Auge zu halten. Nimm dich jetzt immer so und dann kann es trotzdem warten. Da vorne steht einer. Oh ey. Du warst ein Betrunkener, der sich in Auge zu hält. Nee. Lkw. Schau mal lieber. Ach da schon wieder, der Kenzer. Was hat der denn? Ich sehe jetzt noch gleich irgendwo, dass dieser andere hier noch irgendwo steht. Rambo oder wie der heißt. Nee. Aran ist ja. Wir haben hier auch wirklich einen Schaden. Der eine ist hier gerade mit 20 über die Straße gerollt. Ich brauche langsam einen neuen Truck. Ich habe gleich 3500 Kilometer auf dem Taro. Das geht so nicht. Wie viel? 3500. Das ist kein Neuwagen mehr. Der muss weg. Ich habe bald 30.000. Also nach der Tour habe ich 30.000 am Taro. Ja. Dann machst du irgendwas falsch. Aber mein Truck sieht aus wie Neuwagen. Boah. Der glänzt so schön. Wie ein Bonbon, Alter. Wie so ein richtig leckeres Herbbär-Vanille-Waldmeister-Bonbon. Weil der in faireren Farben glänzt. Ich will wieder einen zweiten Bildschirm. Ich will Chat mitlegen. Sind bestimmt alle schon wieder total böse zu mir. Der ist gerade im Chat nichts los. Gar nichts. Nee, sind 13 Leute da, aber keiner schreibt was. Ja, die lauschen nur unsere wohligen Stimme. Aber der Spaß ist gleich vorbei. Nein, mir schon wieder. Ich bin zu Hause. Ich bin in Dortemon. Hey, Kryo. Ist doch noch da. Ich bin doch noch nicht eingeschlafen von unserem Bequatsche. Oh. Du, da habe ich gesehen, dass der Farming Simulator spielt. Farming Simulator? Ich weiß nicht. Ich habe ja den 15er gespielt. Und am 17er hat sich nichts verändert. Außer die Grafik. Und ich. Ich habe den 15er nicht gespielt. Deswegen fand ich den 17er jetzt ganz cool. Dann habe ich ja auch. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Was meinst du denn mit umgekehrter Lenkung überhaupt? Boah, drück nach rechts und der Lenk nach links. Das kannst du doch überall einstellen. Ja, ich hab's aber in den Einstellungen noch nicht gefunden, das ist es ja. Ich versteh nicht, was du... Also wenn du nach links lenkst, drehen sich deine Räder nach rechts, oder was? Wenn du rückwärts fährst. Aber auch nur wenn ich rückwärts war, so umgekehrte Lenkung quasi, aber ich hab die Einstellungen noch nicht gefunden dafür. Hm. Aber wenn du Controller fährst, mit Controller kannst du das einstellen, das hab ich gefunden, aber bei Kastatur nicht. Boah, ich muss schon wieder neu ansetzen, weil ich hier wieder... Du willst einfach nur zugeben, dass du Noob bist. Das brauch ich ja nicht zugeben, das sagt der Name ja schon. Jo, bei mir auf der Seite fährt einer in den E75 Racken, wie der heißt. Na? Das Sackhaar. Hahahaha. Manche haben auch einen Namen bei WOT. Ich denk mir grad, eigentlich müsste ich jetzt grad meinen Männl da rufen, weil der hat letztens auch zwei Namen mitbekommen, der kam nicht mehr aus dem Lachen raus. Letztens hatte ich einen Mr. Dick. Und irgendwas war noch lustig, was war denn das? Oder irgendwas bescheuertes. Ach, Schwabbelbacke. Schwabbelbacke. Also ich hab mit meiner Szener-Arty, hab ich schon mal wen rausgeklickt, der hieß Pommes of Mayo. Na, bei Alex letztens im Stream das einmal war ja ein paar Mal einer mit drin, der das Jagdpanzer E100 gefahren ist. Ja, ja, der... Wegen Stream-Snipern und so. Ja, ja. Er war aber immer mit bei Alex im Team, also... Mensch, wann wird denn die mal berühmeln? Achso, ich bin gestern übrigens auch... Hab das nicht mitgekriegt, dass sie rot war, weil ich auf den hin... äh... Auf den Linkskommenden geachtet hab, weil der nämlich... Einfach, äh, also ich wurde innerorts überholt. Habt ihr nicht drauf geachtet, dass die Ampel rot ist? Festgestellt, dass rote Ampel günstiger ist als Blitzen. Ja, natürlich. Ja, so natürlich find ich das gar nicht. Ja, kommt drauf an, ne? Also, wenn wir eine rote Ampel fahren, kann man ja mal machen. Ja, quasi wie in echt. Ja, ja, genau. Ich weiß ja, wer ruft, braucht nicht blinken und so. Ja. Mein LKW sieht so geil aus. Ja. Ich muss den erstmal reparieren, ein bisschen. Mal gestern, dieser Unfall da, wo ich mich auf die Seite gelegt... oder wo der mich auf die Seite gelegt hat, ey, das war teurer... teuer Schaden, ey. 45... Ja, das war heftig. 45.000 hat mich das gekostet. Ich muss hier nur eben Abnutzung reifen und so. Ja, ja, nee, der hat mir richtig da... Hab ich denn schon wieder irgendwas Neues? Da nicht, da nicht, da nicht... Ich mache keinen... Donation-Go rein. Ja, ich mein, aber andere machen es ja. Ja, ja, die... Ja, 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 ja. Andere sind auch überbelichtet. Ja, 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 ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja... Oh, Hörme, ich muss dir gleich mal ein Foto schicken von meinem Truck. Können wir uns dir jetzt schon nicht so begegnen. Ich darf gern die nächste Tour in deine Richtung machen. Ich bin jetzt in Dortmund noch. Mal gucken, ob ich hier... Ja, hier ist wieder Verkehr ohne Ende, Alter. Ich hatte ja auch irgendwo eine Werkstatt und so ein Zuhause und so. Ich hatte mal ein Zuhause. Seitdem ich nicht mehr weiß, wo es ist, schlafe ich einfach unter der Brücke. Immer hupen, genau. Ich hätte auch die Hupe nehmen können. Oder ganz einfach. Zappel nicht, das geht! Ich muss beides gleichzeitig drücken. Hupe und Horn gleichzeitig. Aber die Hupe hörst du heute nicht, das Spielzeugding, du. Nee, nee. Ich habe gestern auch festgestellt, wie die Tankgröße sich verändert. Na? Kommt auf das Fahrwerk drauf an. Ach, wirklich? Nein, ich habe da vorher nicht drauf geachtet. Ich dachte immer, ich habe das so von dir verstanden, dass du den Tank gesondert ändern kannst. Nein. Nein. Es gab ein paar Mods, wo du das konntest, den SLG-Mods, da konntest du hier einen Zusatztank zu kaufen und sowas, aber die Grund Tankgröße ändert sich beim Fahrgestellten. Ich kriege mich hier in Dortmund mein Zuhause? Ja, sag ich ja. Vor geht auch, dasselbe. Uh! Alter, jetzt ist mir das fast so gegangen wie dir letztens hier mit Hängenbleiben beim Reinfahren. Aber ich habe es geschafft. Durchschnittlicher Tages Profit Minus. Was? Was? Achso, wegen der Reparatur eben. Oh, das ist wild. Lkwwartung hat er da mit reingeträcht, der mit rein. Hier in Lyon sind auch schon wieder... ...sau viele unterwegs. Ich brauche erstmal ein bisschen mehr Level, Alter. Es wäre geil, wenn ich mitlevel, weil du was machst. Das wäre natürlich richtig Porno, ne? Ich dachte, das ist so. Ja, also ich habe es noch nicht mehr, ey. Ich bin immer noch Level 5. Achso. Achso. 18 Leute hier in meiner Umgebung. 18? Ja. Für mich sind 31, Mann. Im Dortmund. Es ging damals aber auch viel schneller mit dem Level, habe ich das Gefühl. Ich könnte es ja auch wieder umschreiben in der SCS, aber ich will ja nicht schummeln. Was? War das jetzt ein Niesen? Ja, das war ein Frauchen, die hat niesen. Ich dachte gerade, da hätte ein kleiner Hund gebellt. Die bellen denn bei dir hundert. Ne, jetzt so eine kleine Fußhupe, oder? Ja, sowas nennst du auch Hund, okay? Ich auch. Also es war auf jeden Fall kein typisches Mädchen-Hamster-Niesen. Es war ein Mädchen-Hamster-Niesen? Ja. Ja. Da kam ich keine Cam an. Da kam mir gerade ein größer Finger hervorbinden. Alter, was ist denn hier? Wie soll ich denn sehen, der runterkommt? Hat sich auf jeden Fall knuffig angehört. Ja. Ja, ja, jetzt muss er sich einschleimen. Achso, ich glaube dieses Mädchen-Hamster-Niesen, das hatte eine gewisse Person, ne? Ja, dieses Tschüss. Ja. Ja. Ey, bei uns klingt das immer wie so ein Turbolader, weißt du? Vorhin nochmal tief Luft holen. Oh Mann. Du musst einfach mal bei YouTube HKS Turbolader eingehen, und dann diesen blauen Skyline. So hört sich das Niesen immer eigentlich an. Die Schilder sind auch immer geil. Autobahn. Nicht welche Richtung oder so, erstmal nur Autobahn. Mhm. Achso, ich muss ja hier wieder... Ah, ich vergesse das. Wir hören wieder Scheiße, dass man das manuell machen muss. Ja, das ist aber so. Ja, das ist aber so. Das ist aber Scheiße, habe ich gesagt. Ja. Geh auf der MTS und sag denen, wie sie es ändern sollen. Du hast doch da Ahnung von. Ja, pff, nö. Das ist vielleicht so noch ein paar Euros für. Ne, guck mal, die können alles vom Spiel abgreifen, ne? Wann du wie was machst, wann du wie schnell fährst, du sitzt und so so. Und ich bestätige etwas, das kriegen die nicht oder was? Äh, ne. Keine Ahnung davon. Äh, eigentlich ist das gar nicht so kompliziert. Muss sowieso ja gleich erstmal gucken, da... Für mich läuft das da... Also wahrscheinlich gab es damit irgendwelche Probleme. Darum haben sie es nicht drinnen, weil... Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So, wo kann ich denn jetzt hier anhalten? Nein, hier ist auch nichts. Ich hake einfach am Flasenrand jetzt, egal. So. Nein, ich muss hier, äh, jetzt bestätigen, dass wir bei der Fahrt... Äh, ich kann das nicht. Ich habe was dran, aber ich kann hier nichts knicken. Bei mir steht, dass du von Frankfurt nach Main... Äh, Frankfurt am Main nach Dortmund... Ja. Nö, das habe ich schon fertig. Ich habe ja auch schon hier, äh... Klick, dass der Auftrag verändert ist, aber irgendwie... Kann ich den neuen nicht aktivieren. Hm. Naja, dann fahren wir halt mal eine Fahrt zurück. Nein, jetzt stecke ich hier im Graben fest, äh... Oh nein. Haha. Nein, ich habe doch hier einen Börder LKW. Mensch, ich habe ja... Nur noch... 160 Kilometer zu fahren, fällt mir gerade auf. Ja, ich habe nur 180. Dann bin ich... Äh... Oh Gott, keine Ahnung wo. Warum redet man so mit wem, kommt einem die Fahrt gar nicht mehr so lange vor. Verrückt, oder? Ja. Gestern die eine Tour, die ich hatte, die hat sich ganz schön hingezogen. Ich blicke was, was du nicht blickst. Und das hat Rinde. Ein Boom. Verdammt. Waren die beiden das nicht auch dir gesagt haben? Da ruhig, ich muss mich konzentrieren. Ja, genau. Konzentrieren. Aber ist egal. Konzentrieren? Mhm. So, was Trickfilme angeht, habe ich einen Experten in der mir... Am besten noch Disney Sachen. Ja, ist das Disney? Weiß ich doch nicht, Mann. Das ist die Bärenbrüder Teil 1 von Disney. Da kriegt ihr ein paar in Hintergrund. Esel auf dem Skateboard, dir auch einen schönen vierten Advent. Was ein cooler Nick. Aber wenn ihr gleich so Plong hört, dann halt wieder ein paar mit der Pfanne gehen. Die arme Pfanne sagst du! Okay. Ich würde mir jetzt an deiner Stelle Gedanken machen... Ach, nö. Esel auf dem Skateboard, dankeschön für dein Follow. Schrei mich nur, wie ist der da drauf gekommen? Er hat unter jedem Move ein Skateboard. Das könnt ihr auch so sehen. Und das begann mit Halt mal mein Bierfest. Oh, wieder so eine halbe Stunde Lacherjuhu. Hast du es geschafft, ja? Ja, ich habe wieder einen gefunden. Oh, Mann. Oh, geil. Oh, schön. Gute Laune auf dem Sonntag. Oh, ich weiß, dass es jetzt schon wieder eine halbe Stunde so weit ergegnet. Also schon mal Entschuldigung, kann ich nicht schlauhe. Hör, wie lass die nicht sein, ich komm nicht. Oh, ey. Oh. 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 So, warst du mich eigentlich auf Lautsprecher, oder? Ja, ja. Ach so. Ich habe Anlage. Mit dem Studio-Mikrofon geht das ja. Das hört man ja nicht. Das nimmt ja nur meine Richtung auf. Bist fertig, Hermi? Ja. Brauchst du ein Taschentuch? Nee. Alles wird gut. Na, angehört hat sich das, als wenn die Hose dreckig ist. Und ne, hör, wie weißt du ja beide Hände an dem Controller, ne? Hab ich? Ja, jetzt wieder. Nee. Außerdem fahr' ich keine Arti. Oh. Oh, ho, 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 ho. Äh, 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 äh. Ah, ich bin gleich in Marseille angekommen. Gott sei Dank. Wieso willst du Urlaub machen, oder? Ich habe gestern irgendwie drei auf einmal gekriegt, keine Ahnung wie war es, ob er da hingekommen hat. Aber ich habe von Eurotrack Simulator noch nicht viel gehabt, was man bei Steam hätte wegkaufen können. Wie diese Karten, Gedöns, Dinger, Lappen, Bilder, weiß ich nicht. Sammelbilder. Ich habe Krio, Krio hatte das, Krio oder Schaf, in Wolfsfell, hat er einmal bei mir eins gefunden und da hat er mich gefragt, ob er das haben kann. Ich habe gesagt, ich habe da von den Dingern... Ich habe da richtig viel Geld verkauft und er hat halt irgendwie so ein besonderes von... Irgendwas Spiel, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall UGIT selten, habe ich erstmal ein paar Euro zurückgekriegt. So, acht Euro nochmal? Sonst kriegst du dafür ja immer nur ein paar Cent. Ich bin bei sowas nicht der Sammler. Ich gucke einfach nicht aufs Handy. Warum? Einfach nicht machen. Einfach ignorieren. Was wäre jetzt gerade Angst? Na ja, Sina braucht schon wieder Aufmerksamkeit. Das ist jetzt richtig hart für sie die Zeit ohne Internet, oder? Ja. Ja. Also hier kann er die Tapete endlich dann ausmalen. Oh, hier ist schön. In Hannover. In Hannover ist Ruhe. Ja. Ach, du bist jetzt gerade in Hannover? Ich bin in Hannover, ja. Dann kann ich ja gleich Schnellreise dahin machen. Dann kannst du den Leuten ja mal meinen ultra hübschen Trakt zeigen. Oh, jetzt habe ich falsch gelenkt, Julia. Alter, das ist doch so nervig. Ja. 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 Das ist doch so nervig. Ja. 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 Aber mit das Bild darfst du auch eine Kamera sehen. Also noch schwerer kannst du ETS mir jetzt glaube ich gerade nicht machen. Oh, will er wieder Mitleid haben oder was? Nein. Läggt, da läggt! Ernsthaft? Kinder, wir haben gerade blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst, denn wir sind ganz schön schlau. Mann. Ist der Typ auch schon fertig? Der ich? Ja. Ich bin völlig fertig. Weil ist... The proof of the pudding is the eating. Ich bin wieder da. Wie weh. So. Absurdieren. Auch Mann. Ich bin völlig fertig. 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 Und entscheidend. Ich bin völlig fertig. Ich bin völlig fertig. Der rückwärtsgang noch eingelegt? Boah, ja. Du hast noch einen Lüftungsschachtauftrag. Warte mal, Abrechnung, was muss ich denn jetzt hier? Jeder bei der Ausstellung. Schön. Das weißt du doch. Jetzt kann ich mal hier neue Auftrag machen. Was sehen du, Hermie? Wo bleiben du? Ich denke, du wolltest Pass-Travel machen und so. So. Ja, ich musste eben erstmal kurz deinen Auftrag da abrechnen. So, äh, Firmen-Manager. Tragen-Manager, zack, Schnellreise. Ja. Wie ist er denn da hingekommen? Ach, der kann hier einfach durch... Auch gut, der fährt einfach durch alles durch. Aber nicht schlecht und trotzdem nicht mehr. Ach so, feststellt, warum ist das mal? Da ist Hermie. Ha! Guck an, Alter! Ui! Schick deine Lkw. Ja, ich hab dir auch ein Foto geschickt. Wenn ich Lights On mache, sieht das so aus. Nur die oben drauf leuchten, komischerweise. Das war Fernlicht, glaube ich. Ne, guck, wenn ich Fernlicht mache, auch nicht. Hm. Hm. Deine Tröten, wie die rausstehen, das sieht so behindert aus. Aber schicke Felden hast du drauf mit Stromdeckel und so, so weit hab ich noch nicht. Ja. Aber, soll... Was? Ja! So, wollen wir erstmal zur Werkstatt, dass du dir ein neues Design verpassen kannst, oder? Ja. Was war er denn da? Ups. Boah, schönen Wind. Boah, schönen Wind. Ach, ähm. Warum hast du eben gerade angehalten? Ich hab nicht angehalten. So, laut, äh, mir standst du an der Kreuzung der Vorfahrt. Ach, du bist jetzt sogar ein grüner Punkt bei mir. Ja, du bei mir auch. Wir haben den grünen Punkt, wir sind recycelbar. Oh, ey, was tust du? Wegen mir ist gerade einer voll in die Leitblankung gegangen. Wegen mir? Ja, aber die du bremst hast, die haben zu bremst und er ist voll in die Leitblankung gegangen. Ich hab nichts gemacht. Oh, schön. Wer freut sich bestimmt. Wer freut sich bestimmt. Ich hab nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Gleich kommt einer bei mir auf dem Spiel. Ja, äh, du Arsch. Nur wegen dir, du. Ich bin ja überlegen, ob ich von Highline auf Topline wechsle. Ja, vielleicht ist Polskipanow, ja. Ja, genau, Oleg. Bei mir quatschen sie schon wieder alle Polskipanow. Ja, und mir auch. Ich muss sie gleich jetzt für mich leiser machen. Erstmal muss ich was trinken. Ich hab hier Husten ohne Ende, ey. Ich hab hier Husten ohne Ende, ey. So, wegen uns für alle. Aber wir können wir sitzen. Oh, fuck you. Ja, hier über ein In-Game gezielt. Oh, like, fuck you. Ich glaub, wir waren gemein. 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 Gut, ich kann nichts mehr machen. Ich muss erst noch Level abwarten. Oleg, fuck you. Fuck you, Polkant, Polkant, ups. Ne, der heißt einer Oleg. . , da, in Polkant, auf Radio. Ja, da, da, da. Das hier ist. Ja, da, 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 da. Oh, man. Hubschraub. 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 Oh, Mann. Oh, die lege. Das ist ein Pomek-Arsch. Man muss gucken, was von den Packets funktioniert bei dir oder was du hübsch findest. Oh man, Numps. Also hübsch finde ich ja die, die ich nicht ganz unten hab. Die ist, äh... Taya's Res. Taya's Sokacz. Oder Freya's Blessing. Taya's Sokacz. 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 Taya's Sok constitutes an Nein, normalnie, Gościu, porozmawiaj, kurwa. Deine Mutter ist nicht schlammlich, wo ich die Typen ziehe. Ok, ok, ich steh mir Adep. Ok. Wo nehme ich denn? Wir hören die, ja. Das musste man da drücken V, ne? V, ja. 3, 4, 3, ok? Oh, das habe ich jetzt nicht verstanden. Kannst du das, oder? 3! Oh, ein bisschen, wenn man an einer polnischen Grenze wohnt, ein paar Sachen versteht man ja doch. Achso. Bist du. Jawohl, wenn man mich so geschickt. Mit Tor 3. Hatte ich vorhin auch. Und wenn du jetzt die Seitenpaneele ran machst, so die Tankverkleidung und so, dann hast du dann... Siehste, das wollte ich nämlich machen. Hast du... Ich habe mich wegen dem Polen hier ganz vergessen. Ja. Kann ich gar nicht bei dem Truck. Ne, geht bei dem Fahrgestell nicht. Schade. Ja. Toco-Ponzenaschen. Juhu. Na, wir haben Kinderkalender. Ne, Koco-Kalender. Ah, mein Arbeitskollege hat den auch. Das ist doch mal ne geile Lackierung. Ah, deine Rundumleuchte auf dem Dach. Schade. 3, 4, 9, 10 wäre stark. Pfeffer kein Polen. Ach, das kommt auch so! Boahhhh! Na, hier geht das noch. Wo wollen wir denn? Warte mal, warte mal. Ehm... Du fährst ja nicht World of Trucks Aufträge, oder? Doch, doch, hab ich jetzt aktiviert. Ach so. Guck mal, die Scania Gang, Alter, wie er sich da zu wissen gestellt hat. Aber du hast nicht Frankreich, oder? Warte mal, ich muss den erst mal hier ausmachen. Ich glaube, ich muss den erst mal hier ausmachen. So warte, ich schalte ihn mal auf den Kopf. Ich bin direkt wieder da. Jetzt kommen nämlich Märchen, weißt du? Jetzt kommt ein Märchen. So, ey, hier sind 16 Leute in der Umgebung, so. Jetzt muss ich das wieder manuell umschalten, ey. Das hätte jetzt nicht von vorne reichen. Guten Mittag, Speedy, und schönen vierten Advent. Jawohl, ich hab dich auf dem Kopf, das ist schön. So, ich will gleich noch fragen, Ich hab dich auf dem Kopf, aber ich hab dich auf dem Kopf gemacht. Ich hab dich auf dem Kopf gemacht. Oh, jetzt ist... Jetzt ist... Spiel noch auf... Äh? Oh, Wiedergabegerät. Muss, glaube ich, bei... Muss ich das Ingeben jetzt umstellen, oder? Muss, glaube ich, mal in dem... Links einstellen, dass du deinen abgegeben hast. Ich krieg das Spiel grad nicht aufs Headset. Muss noch mal ausmachen, glaube ich. Okay. Ich mach noch mal kurz Spiel aus. Was das heißt? Nein, speichern. Klick speichern. Danke schön, Speedy. Hat er auch einen schönen vierten Advent. Ja. Das ist aber lieb von ihm. Dobra, dann lecimy. So. Dobra, spokojnie. Hermi, Leerfahrt, Streamline. Okay, 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 okay. So, dann mach ich jetzt wieder Trucker-Empie. Hoffen wir, dass ich's denn jetzt auf dem Kopfhörer hab. Manchmal funktioniert das mit so'n Rissus-Headset, der nicht richtig vertreffend ist. So, jetzt hab ich's auf dem Headset. Siehste, lag am Spiel. Riti, dankeschön für deinen Follow. Alter, beim nächsten Mal stream ich, den hab ich nie an dem Follower. Alter, war's, der Kontostand von minus 13.000. Was haben wir? Der Kontostand von minus 13.000. Wie geht das denn? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil er meinen Auftrag nicht richtig abgerechnet hat. Weil, da war nämlich ein Fehler. Dein Auftrag steht auch noch im Dings drin. Ja, ich hab aber schon abgegeben, ich hab ja schon aufm Haken geklickt. Ja, ich musste das auch, ähm, unten links auf Auftrag beenden drücken. Warte mal, ich geh mal, ich geh mir mal rein. So, ich hab keinen Anhänger, aber wie gut. Was ist das hier? Du bist auch grad noch nicht verbunden. Auftrag beenden. Nein. Warte mal, ich schaue mal, ich schaue mal rein. Zwischen durch im Spiel noch mal. Die ausgewählte Fracht passt nicht zum Trailer, waaas? Hä? Ja, du kannst ja jetzt noch keine... Versteh ich, manchmal versteh ich das Programm nicht. Ich auch noch nicht so ganz. Connecting to Europe. Da bin ich noch nicht ganz. Jetzt noch Connecting. Hm, SpeedyEath war vorher hier. Äh... AkrimGames, äh... Oh, jetzt sind wir grad in Hannover. Der kriegt schon wieder keine Connection hin, ne? Laut Dings bist du jetzt Connected. Ich hab grad meinen. Ja, ich seh aber noch nichts. Du musst auch erst auf dem Dings-Server sein. Da ist im Spiel drin sein. Ich bin auch... Ich fahr schon durch die Gegend. Ja, aber sagt er dir auch, dass du schon auf dem Server bist, oder bist du noch in der Warteschlange? Oben steht irgendwas, was auch... Ja, Kö ist Warteschlange. Ja, genau. Ja, du musst warten, bis du auf der Warteschlange raus bist. Dann hat er auch dazu Connected. Wir stehen beim Scania-Händler. Wir sind mal eben ganz kurz. Maxi Musti, hi! Schönen vierten Advent. Bin gleich wieder da. Ja, ich bin ja da. Ich kann die Leute ja bespaßen. Auch wenn ich nicht weiß, was sie in den Chat schreiben oder so. Mach doch Handy an. Ja, stimmt. Ich hab mein Handy gehalten. Und Dankeschön für deinen Follow, Maxi. Gleich. Okay. Ruben. Bye. So, Verbindung zum Chat wird hergestellt, na mal gucken. Herzlich Willkommen im Chatraum von Hermie und wer jetzt einer was schreibt, der euch das Leben von Weisendorf. Ja, ich will euch noch nicht mehr. Test, test, joo, Maximusti, das kann ich lesen, juhu. Test, test, joo, Maximusti, das kann ich lesen, juhu. Oh, der hat sogar Hermie auf seinem scheiß Kinnzeichnen voranstehen. Ich hab auch die Velo-Ausstattung von herein, ich hab die immer im Radio gehört. Ich hab die Velo-Ausstattung von hierin, das ist es, ich hab die Velo-Ausstattung von hierin. Wo ist er denn jetzt so lange hin schon gern? Nee, wir sprechen kein Polnisch, Kollege. Nop. Wieder da. Ja, Wippe. Hier, der neben uns steht grad. Der will wissen, ob wir Polnisch sprechen mit ihm fahren wollen. Ah, nein, au, ey, wir sind reingefahren. Sprich du doch mit ihm, du kannst doch das. Hö, ich sprich doch mit dem nicht, bist du doof? Ja, aber du verstehst ihn. Ja, trotzdem spreche ich nicht mit dem, bin doch nicht doof. Bei dir läuft im Programm immer auf der Auftrag. Ich kann dir nicht... Ich kann dir nicht abbrechen. Das gewählte Fahrzeug passt nicht zum Trailer. Auf den Auftrag erfolgreich abge... Hä, okay. Hey, jetzt hast du die Leerfahrt. Mhm. So, jetzt wolltest du einen Auftrag... Wollen wir jetzt einen Word of Tux, oder? Ja, mir ist egal. Na gucken, was ist denn hier so in Hannover? Nach Dover ist hier, habe ich einen normalen Auftrag. Also, Standort, Zielort Dover. Topf Pflanzen, drei Tonnen. Topf Pflanzen? Und wenn was, Topf Pflanzen? Mhm. Teppiche, Trockenbauelemente... Du kannst es auch in dem Programm auswählen, ne? Dann willst du nach Dover fahren. Dazu brauchen wir... Was nehme ich denn mit? Deutz-Fahr. Jo, passt. Bitte alle Felder ausfüllen. Achso, von wo sind wir jetzt? Nach Hannover, ne? Was hast du jetzt gemacht? Neuen Auftrag? Ja, über das Programm. Neuen Auftrag, genau. Von Hannover nach Dover. Und ich nehme Deutz-Fahr und go. Was nimmt sie Deutz-Fahr? Genau. Deutz-Fahr nach Dover. Der lädt und lädt und lädt. Jo, läuft. Hä? Weiß ich noch nicht, wo ich das abholen muss. Hä? Und jetzt? Muss ich das doch hier noch irgendwo abholen eigentlich, aber jetzt zeig ich mir nichts an. Welchen Deutz-Fahr hast du genommen? Ich hab einfach draufgeklickt. Ja, schön. J-Witz-Fahr. Ich hab draufgeklickt und go. Er sagt jetzt, äh, öfters drauf. Ne, ich hab jetzt hier ein Deutz-Fahr. Äh, hier in 555A. Ach, du guckst in dem normalen Dings, ne? Ich hab ja über ein... über Dings, über das Programm geguckt. Ne, ich mach auch grad über FPH und da kann ich mehrere Deutz-Fahr aussuchen. Ach so. Ach ne, mich... Aber irgendwie... Passiert da nix, ne? Ich hab das ausgewählt, aber ich hab kein... Ausgewählte... Fracht passt nicht zum Trailer. Passt nicht. Ich hab... Ich hab nichts drauf jetzt, oder ich seh keinen Trailer, sagen wir es so. Fracht 0 Kilo Kies. Zeig er mir jetzt an. Hä? Irgendwo muss ich das ja abholen, aber jetzt zeig ich mir nicht an, wo. Verstehst du? Ja. Ja. Merkwürdig. Wir dürfen das doch nur über Spiele machen, glaube ich. Wenn... Zusatzprogramm funksiliert nicht richtig. Ich glaube, das funktioniert nicht da drüber, sonst. Äh, wir sind auf Server 2. Hier ist du durch Polskitchen, ja? Ja, bei mir war es von der... Bei der Firma, äh... LKW. Da müsste ich das abholen. Ist ne... Das ist eine zerbrechliche Fracht. Hier ist es nicht. Was haben wir denn hier noch... Über den Frachtmarkt läuft das, ne? Oder worüber läuft das? Ja, ja. Frachtmarkt. Frachtmarkt? Aber ich will noch mal eben kurz einen Meter vorfahren, wir. Hab ich gar nichts in Hannover. Zeig er mir jetzt an. Null. Nichts in der Liste. Okay. Na, ich fahr den auch mal zur LKW, denn nehm ich da sonst was an. Wo sind die hier? Da ist Thermi... LKW? Seh ich hier gar nicht, hä? Wo bist du jetzt, Thermi? Ich bin noch beim... Garnier hinter. Achso, dann fahren wir da zusammen mal hoch. Er meint, dann darf ich eh einstellen. Äh, nach Dover. Wurde es gleich gehen. Äh, LKW ist hier gleich um die Ecke. Da wo du stehst. Ja, äh... Das ist doch nicht LKW, da steht irgendwas anderes. Trado. Entschuldigung, Trado. Aber es steht LKW. Stand da grad. Oh, ich muss mir da essen gleich. Also kommst du nicht mehr mit nach Dover? Nee, erst mal essen und dann nach Dover. Wie lange fahren wir denn da? Waren sie die müden, eine halbe Stunde? Ja. Gucken wir, wenn ich jetzt hier im Wachzimmer gehe. Ich hab nur noch was nach Kiel. Nach Dover zeig dir mir gar nix an hier auf dem Prachtmarkt von dem. Na, den fahr ich da nachher bei dem. Ja, jetzt hat das angehören. Äh, 12 Uhr... Ne, warte mal, wann wär ich denn da? Äh, Ankunft ca. 12 Uhr 40, das ist auch nicht richtig. Achso, ich muss erst aufladen. Ich schmeiße jetzt Dover Fracht, wie sie angeblich hat, mal weg. Ausgehörige Fracht passt nicht zu schwer. Achso, ich kann die nicht. Wieder da. BB. Dann bin ich jetzt mal weg. Dann bin ich abgestorniert. Wenn ich rausfliege, fliege ich raus. Ich melde mir jetzt hier nicht vom Server ab. Ich bleibe einfach in der Garage, hätte ich fast gedacht. Aber du fliegst da irgendwann raus. Jo. Na gut, denn bis nachher. Tschö. Oh, mir fehlt ein Stufe 2 Teil man. Das wohl nicht all chỉ. Wo häng ich's denn jetzt fest? Caule. Okay. Scheiße, jetzt ist mein Baum nicht komplett geschmückt. Ja, eine blöde Kugel, weil der mir so ein blödes Geschenk, also für unterm Baum gegeben hat. Also ich habe meine 1er Kugel rausgenommen, damit ich mir ein 2er Teil umwandeln konnte. Jetzt fehlt ja uns. Ja, ich habe ganz viele Teile für die Mitte da, für Galanten bekommen. Okay. Ich hatte das auch schon öfters das Problem. Das ist ja zum Kotzen. Da fahr ich von meinem EMS tanken. Jetzt da im Spiel oder im Real Life? Ne, tanken. Im Spiel. Ey, gibst du die Frage, war berechtigt? Ja, ja, ja. Also auch. Ach, hi. Ach, hi. Ach, hi. EMS viel. Jetzt komme ich gerne. EMS Nossaais認 Sig. Faktirying. x Speisen. Die zwei Jahre Redaktiv. Da nearby. Verbrauchiere? Das war's für heute. Ach, ich hab mich grad schon gewundert, warum ich auf 0,2% Anhänger Schaden gekommen bin. Ah, kein Problem. Also EU2 und wir fahren gerade aus Hannover los Richtung Dover. Also EU2 und wir fahren gerade aus Hannover los Richtung Dover. Und ich würd mal sagen, Convoy-Fahrt macht mal 80. Okay. 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 doch gerade mal zwölf oder so es klauen dann es gehen muss nur crime games oh crime games da fährt endlich die Kopfkanne auf dem T34 und da cool und besser jetzt oder bist du noch nicht mit gefahren ach so ich habe gestern noch mal nachgerechnet wegen e25 und dem auftrag da wir haben ganze 60 hp gefehlt an damage ja aber ich habe auf dem eine durchschnittsfehlen 8 von 2400 ja meine fahrweise ist ja auch ein bisschen anders als damals wo ich ihn ausprobiert habe ja der rutscht jetzt mehr meinst du ich kriege einen stufensprung hin ich bin immer noch stufe 8 ich bekomme keine 60 punkte zusammen ja ich bin bei 63 ich war gerade eben schon wieder unter dem punktbestand den du für die stufe 8 brauchst gegen den umwandeln und so weiter ja das ist manchmal ein bisschen ja aber du fällst ja nicht zurück in der stufe das ist ja der vorteil ja ja wobei ist ja auch egal ob sich da um die zahl ändern oder nicht die punkte um zu trotzdem wieder zusammenbringen ja und in der nächsten stufe bekommst du das vierte besatzungsmitglied das lustige ist du brauchst nur drei ja aber egal es gibt ja auch zwei reihen da ne ja ich weiß ja nicht wie viele besatzungsmitglieder du insgesamt zusammenkriegen kannst ja ich weiß ich auch nicht bei den anderen aufregen sind es ja böhn so ich muss ja doch weil ich es rum ja so ich muss ja doch weil ich es rum ja ah ah das matchmaking geht heute echt also jetzt mittlerweile eben bin ich mit den achtern die ganze zeit zu 10er gekommen jetzt bin ich in den achtern gefechten zwei drei vier 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, die ist 26 in der Nähe. Oha, ist da vorne Stau oder... Oha, ist da vorne. Oh, wow. Oha, ich glaube, wir sind hier gerade in Stau geraten. Und... Ah, jetzt fahren wir wieder. Oh, das knallt. Wow. Wow. Okay. Okay. Oha. 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 Warum können wir hier normalen Menschen fahren? What the fuck Turkish? Du wollen mich auch verarschen oder? Könnt ihr mal direkt Goldladen? Du wollen mich auch verarschen oder? WTF Turkish? Hallo? Ich bin wieder da. Oh Gott. Jetzt wird wieder lustig im Stream. Was machen die hier? Äh Schwede. Anhänger Schaden auf 1,2% hochgegangen. Läuft bei denen hier. Läuft wieder am Controller, was? Ne, ne. Hier waren gerade so 32 Leute auf der zweitsprüngigen Landstraße. Warte. Wir haben versucht selbst über die Wiese zu überholen. Wir müssen um die Wiese zu überholen. Doch ich sch Hope nicht. Mal sehen. Hat sogar gerade noch einer da gepostet, dass kein Überholen auf der Strecke hier erlaubt ist. Musik . Singlysse Jawoll, schön ins andere Auto reingekrabt Am Dienstag komme ich aber nicht und Dienstag kommt mal Geburtstag und da das ja auch noch wo Weihnachten ist und der Wochenende genau auch noch Weihnachten ist Ähm, wie heißt, feiern wir das Dienstag, weil er halt nicht nachfeiern kann So Danach habe ich bis bis zwölf Uhr die Hütte voll Ja, nicht an sich wundern Alles gut Alter, Nick, zum Glück bist du essen gegangen und nicht auf der Tour hier mit bei Wieso, ist das so schlimm von mir? Es ist echt schlimm Ja Es ist unfassbar Du meinst, ich hätte mich wieder aufgeregt Ja Also mein LKW ist noch heiler, ich glaube die anderen LKWs, die unterwegs sind, sind alle kaputt Dann macht er hinter mir Lichthubbe Ja, er zieht einfach rückwärts raus, ist richtig Ich fahre hier gleich nur noch 60, ey Also bislang bin ich größeren Unfällen aus dem Weg gegangen, ja Alter Schwede Ich will hier weg Alter Schwede Meld Ja, dann fahre ich jetzt erstmal woanders hin, ihr seid nach Dover nur unterwegs Ja Rätsel, bestimmt gleich einer voll hinten rauf Dann fahre ich mal nach Kiel hoch Ich will nicht der Letzte in der Reihe sein Was, in der Leerfahrt? Hä? Ja, ich seh alles Na, noch bin ich ja nicht, äh, angekoppelt Was ich schon meinen LKW, äh, meinen Anhänger hier Was bremst der denn einfach? Ja, was mache ich jetzt für mich, hm, hm, hm? Sorry, Ben Ja, was mache ich jetzt für mich, hm, hm, hm? Erst mit Oberlichtern, von Hannover nach Kiel Richtig Oh, ey Oh, ey Wer zeigt noch Offline an? Muss ich mich denn neu finden, oder wie? Ah, alles klar Lass den hinter mir bist, äh, nö, eigentlich Wer sagt er das so? Wo wechsel ich jetzt Offline? Gut, hab ich halt keinen Verkehr, ne? Achso, doch, du bist, musst, äh, ich kann das Spiel neu starten Mitte wieder Boah, er war nicht, wenn ich die Tour abgegeben hab Wenn ich in Kiel war Boah, jetzt kommt er rechts, Koufer Ihr seid doch des Wahnsinns Juhu Juhu Oh Nicht hinrauffahren, nicht hinrauffahren, bitte, bitte, bitte Juppie Oh, Crime Games, du bist kaputt Jawoll Salud, salud Hürbt hier erstmal einer rum, ey Mann hat gerülpst, jetzt stehen fünf Hirschkühle Im Garten Jupp Läuft Kenn ich Leute, bleibt mit euren Autos Auf eurer Spur Nutzt bloß oft die Warmblinklichtanlage, äh, Monster Wow Das Programm zeigt jetzt sogar sofort an, wenn du Schaden am, äh, Auflieger bekommst Okay Okay Entschuldigung Bedeut 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Türkisch! Was ist los, Sammy? Ja, zieh voll raus! Zieh einfach raus, so Russe! Das ist viel ruhiger, weh! 100% alter Schwede! Was ist Schaden? Ja, einer hier, der mit mir mitgefahren ist gerade. Hat er 100% Schaden? Ja, er hat 100% Schaden. Wie geht das denn? Weißt du, was hier los ist auf der Straße? Ja, was fahrt ihr dahin? Ey, ich... Ja, jetzt kippt da vorne ein Lkw rum. Das ist unfassbar. Ich fahr nach Kiel komplett alleine. Keiner geht nur in den Sack. Ich höre mich, siehst du eigentlich auch, wie schnell ich fahr? Äh, ne, ich glaub nicht. Schade. Aber mein, mein, mein Onboard-Taro sagt Taro-Anschlag. Boah. Überlebt. Überlebt. Ja, das ist wirklich schlimm hier, Crime Games. Super. Ey. Hätte ich gewusst, dass diese Strecke so bescheuert ist, wäre ich hier nicht mit euch langgefahren. Ich bin direkt wieder da. Oh. 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 Hi, Balo, ja. Alter Schwede, ey. Das ist ja... ...er verbindet bei mir grad die ganze Zeit som atta gedacht, ads Thursday system, also irgendwie will eigentlich für die ganze Zeit verbindung vom Chat hergestellt. Kann ich nicht sehen, wer da vorgeschrieben hat, weil... Bleib auf deiner Spur! Weil euch Leute nehmen also an. Das ist halt von mir, oder? Oh, blitze, blitze. Oh, runter, runter, runter. Mal gucken, dass wir mit der Firma wieder ins Positive kommen, ne? Wir müssen noch Tracker anstellen. Boah, ey. Ich bin... Alter Schwede, Puls ist grad sonst wo, ey. Blutdruck ist noch höher. Schnell weg da, ey. Hab ich grad nicht gesehen, wer vor Barlow geschrieben hat. Aber ich kann jetzt auch nicht rechts anhalten. Die NPC-Fahrer sind zwar... Grundstum. Alles klar, was war. Ja, hier sind aber keine NPC-Fahrer drin, ne? Ja, ja, ja. Der Barlow hat das jetzt grad... Alles klar, das ist der echte. Ich kann jetzt auch nicht kurz rauszappen, weil ich weiß, dass mir denn irgendeiner frontal in ne Karre fährt. Ne, mein Dings... mein Programm ist genau vor meinem Bot vor. Ne. Ist der blöd. Doch noch die beiden 21 zu neuen Wohnen. Ne, ich hätt's einfach nur anders schieben müssen. Ja, eben. Ach so... ja, jetzt so meinst du das. Er meint, dass man, wenn man alleine spielt, die NPCs, da weiß... Die fahren zwar viel blöd, aber man weiß, wir fahren da einfach nur blöd und man kann die nicht einschätzen. Ja, ich kann kurz rauszappen, die Schranke ist unten. Ja, ich kann kurz rauszappen, die Schranke ist unten. Oh, jetzt geht's hier hoch. Mensch, wenn ich gleich los wäre, ist das auch nicht schlimm. Ich muss hier gleich losfahren, ich hab acht LKW hinter mir. 140 Schaft, mein Truck. Ich bin das Schicht im Schaft. Und ich bin in Kiel. Uuuuhh. Ah. Also soll ich erstmal nur auf hochwertige Placht-Level oder auf Ferntun? Ich weiß ja nicht was anderes. Erstmal auf Ferntun. Willst nicht lieber hochwertige Kurzstrecken fahren? Du kriegst nicht so viel davon. Wow. Wow. Ey, es ist echt nur... In Ferntun habe ich jetzt erst zwei Punkte drin, oder? Hochwertig zwei. Ferntun zwei. Und die wurde ich noch los. Ja, ist auch geil. Ich bremse, weil die Ampel rot ist. Komm an der Ampel an. Es ist unfassbar. Jetzt rammt mich einer hier weg. Also hör mir meine Gefechte laufen. So würde ich, wenn ich heute schon zwei Punkte in der Fall zu stehen bin. Ähm. Tuebalo, du musst das... Wenn du den Pultenplayer anmachst, dieses Wracker MP, zeigt dir das Update an. Und das musst du haben für das französische DLC. Und da ist dann... Da zeigt er dir an, dass ein Update verfügbar ist. Und da musst du dann auf die Seite gehen. Und das runterladen. Geh guck zuck. Ist nur eine kleine Echse. Dankeschön, Elias, dass du gewartet hast. Hast du das gesehen, wie der mich weggerammt hat? Ach, offline schalten die Ampeln ja nicht irgendwo. Ich stehe hier und warte. Die blinken ja die ganze Zeit nur. Ja. Hey, auch wenn die einmal grün sind, sind die grün. Oder wenn die roten sind, die roten entscheiden die nicht. Ich habe genau in dem Augenblick, habe ich kurz mal auf den Chat geguckt, weil ich dachte, naja geht ja geradeaus, passiert da nichts und dann rammt mich einer von der Seite, ey. Paris? Ja. Ähm, Metz-Paris. Wenn ich vor einer Nuller-Reihe mit der IS-3 starte, mit Top-Tier, wo fahre ich dann? Unten. Äh, unten rechts, genau. Ja, unten im Süden, das Heavy-Ecke. Okay. Und dann am besten Top-Tier oben drauf bleiben. Also nach K-K-Reihe. Ja, nicht unten reinfahren. Oben drauf bleiben, ob das so eine kleine Brücke oder was zu sagen, nur so in der Führung. Mhm. Nicht runterfahren, oben bleiben, und an der Hausecke anwinkeln. Für der IS-3 so ein bisschen Backside-Scrabbing-Must. Naja, von der Metz-Paris hab ich hier im Verflug, gar keine Ahnung. Äh, ja genau, Stream-Sniper. Ich glaube es auch, dass ich den letztens mit der Arti gewanschüttet habe, dass der mich jetzt hier wegramt. Also Fernfahrt, ja? Au-Pairn-Fahrt hab ich erst einen drin in der Süden. Ja, ich hab da voll. Fahrweise, und ja. Warum kriegst du auch immer diese Megatouren, wo fünf Stunden unterwegs bist, ey. Ich krieg nur noch die Megatouren. Ja, tsch. Weil ich hab jetzt auf dem kurzen Stück, achso, ich muss ja wieder reingucken, warte mal. Kurzen Stück. 6000 oder was du siehst? Ja, rammt euch hier vom... Es ist unfassbar. Was die hier machen. Es schreibt er hier Payback, ey. Ey, es ist unfassbar. Wir müssen ja sehen, dass wir hier wegkommen, ey. Jetzt lenkt mein LKW schon wieder nicht. Ey, was machst du denn, ey? Ach, das ist dieser Drecks-Controller. Ja, ja. Der Auftrag ist wieder abgegeben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der gebracht hat, hab ich jetzt reingekommen. Derby? Äh? Mein Frauhirn hat sich grad die Fingernägel lackiert, ne? Ja. Weißt du, was da jetzt drauf ist? Mein Frauhirn. Ja. So ein Dreieck. Von der Artie? Nee, so ein Dreieck, die... Von dem TD, öh. Die was gemalt? Die was gemalt? Die in den Dreck gemalt. Weißt du, so als wenn man sich mit so einer komischen Ruhe hinsetzt und so einem Dreieck in den Dreck zeichnet. Okay. Den schnallt er nicht. Nee. Hey, Erwin. Ach so, boah ey. Oh ja. Na, Erwin, was macht deine, äh, Hand? Ja, äh, wir haben einen TS. Musst du im Chat einfach mal Ausrufezeichen TS eingeben und dann kann dich, äh, hier Kitty oder so, oder Nick, die können dich dann ziehen. Hm, äh, äh, Wir haben uns dann gezogen werden, bevor ich jetzt ein Befecht am Start habe. Nee, ich kann, ich bin grad sowieso nicht, äh, am Fahren ausführen. Okay. Es ist unfassbar hier, was die hier tun. Die haben doch alle, die wurden alle echt mit dem Hammer gepudert in der Kindheit hier. Immer schön am Kopf. Hey, weißt du, was die gemacht haben? Da waren die Eltern, haben die an den Ohren festgehalten und sind immer durch die Wanne gezogen. Ne, beim Baden. Und dann haben sie mal gefragt, äh, warum sie die an den Ohren festhalten haben. Und die Eltern nur der Antwort, na, meine Eltern wollen uns die Finger verbrühen. Das war Chors. Das war Noem. Das war Chors. Das ist halt größter… Das ist halt größter… Das ist größter los, Das ist ganz größter Los. Das ist ganz植ARE 마무�ieren. Das ist wirklich mal im�ss. Das ist ganzビel... Das ist größter Lin"; das ist ganz hält. Nein, das passiert etwas mehr. Wir, seien hier dabei! Gibt's ja brechliche Frachten, ja, die sind sehr aussichtslos. Auf der Strecke auf jeden Fall. Ja, allgemein im Multiplayer sollte man damit vorsichtig sein. Was fahre ich hier nochmal? Toppflanzen, 3 Tonnen, stimmt ja. Wird nicht so schlimm. Nö, nö, die können auch viel abholen. Da lieber Stahlrohr oder sowas. Ah, hier kommt keine MTS, was ist da los? Äh, wenn wir gleich am Hafen sind. Achso. Keine Sache Bescheid, dann kann ich hier schon mal wieder ein bisschen neue Frachten raussuchen. Ach, wir fahren gar nicht durch den Hafen, wir fahren durch den Tunnel. Wollen wir hier kurz halten, Elias? Dass du aufs Thales kommen kannst? Wow! Also gleich dann hier... Ich könnte auch umgeben quatschen. Ah ne, du hast das deakzeptiert bei dir, ne? Ne, ich hab's auf leise, aber hier die ganzen... Ey, das will ich nicht fragen, ob ich... ...besicht will, ey. Ich muss einen Frachten... Wenn ich so auf den Frachtmarkt gehe, zeigt der mir immer nichts an, ey. Ist grad komisch. Ja, ab und an wird mir da auch nichts angezeigt. Boah, ich hab hier nen Raupenbagger. Boah. 25 Tonnen. Auftrag ausführen. Boah, 25 Tonnen. Boah, 25 Tonnen. Ja, da... Bei so nem Hubschrauben würde ich aber auch jammern, wie so ein Kratzer dran sind, weil der Transporteur zu blöd war. DiamantX24 ist neu als Follower sehe ich gerade, hm, hm, was ist da los Hermie, schläfst du? Was? Jetzt habe ich einen neuen Follower, ich habe gerade nicht darauf reagiert, danke schön Diamant für deinen Follower Der wird alt und langsam, der Mensch, verstehe ich gar nicht Oh, vaa Oh, ey Gerne Herzlich willkommen bei dir ganz kaputt Sag mal, haben die den VKB ein bisschen schneller gemacht? Ja 30 kmh, da kommt ja vor wie Geschwindigkeit raus Nee, die haben ihn nicht schneller gemacht Die haben ihn wieder auf das, wie er mal war Vor 2-3 Jahren zurückgeschraubt Ach, so ist Erstmal den Bot hier im Vordergrund holen Und das schiebe ich wieder da drüben hin Ja, ich habe ihn jetzt auch gezogen, ich stehe auch gerade an der Ampel Aber ist ja immer noch nicht da, gut Vielleicht war der Farb Aber ich bin ja immer noch offline Aber ich denke, der hat keine Sau Vielleicht nochmal neu verbinden Das war ja gerade mal eine Schreckenstour, oder? Das war ja ein ganz schöner Kampfgruppe durch Bitte? Das war ein ganz schöner Kampf da durchzufahren Ja, hier Qualm Gamers Der hat ja aufgegeben Oh War falsch raus, oder? Ja Hat aber auch eine Nee, die muss geradeaus und dann links rüber Oder rechts Je nachdem Und die Straße einfach Ich habe eine Tour angenommen Ja Wo muss ich das jetzt abholen? Also er zeigt mir schon die Strecke an, wo ich hin soll auf dem Navi Aber ich habe nicht Keinen Trailer abholen sollst Nee, dann zeig dir da an, wo du den Trailer abholen sollst Ja, wenn ich da jetzt draufklick auf Äh, äh, Map war Irgend so Wieso? Ich bin ja so offline Nee, er zeigt mir Doch Achso, nach Hamburg muss ich erst den Trailer abholen Okay 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 Ich wollte was sagen Ich fahre hier schon Autobahn ohne Trailer Was ist da los? Ja Oh, hier ist ja noch 48 Boah Kann einem der Blutdruck aber ganz schön hoch gehen bei der Strecke eben gerade, oder? Ja Wie viel Schaden hast du gefressen? Ich habe am Auflieger 5 und am LKW 18 Wow Geht dein LKW ja zwischendurch immer aus, oder? Bis jetzt nur einmal Nicht so wie bei mir hören die Letzten, sie mit 15% Schaden Alle 100 Meter punkten Achja, Linksverkehr Oh Ey, nur mit 90 fahren ist auch anstrengend, ne? Warum ist denn hier jetzt nur 50? Ich weiß nicht, 50 Ich stand ein Schild 50, aber 80 Ey, ich stand grad ein Schild 50 Nein, die rechnen ja irgendwas in der Endland Aber die rechnen nur mit Meilen Die haben ja auch Meilen pro Pups Meilen pro Pups? Hm? Okay, Leute, die würden damit ganz schön weit kommen Hahahaha Hahahaha 97 dürfen wir hier jetzt fahren Schauen wir doch das mal, oder? Oder kannst du nicht so schnell? Bei dir 90 Klar, ich hab acht mal Ja 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 Oh, der findet mich doch nie Also auf den Stream geguckt, was für einen Aufflieger hast Und dann wird auf die Straße geguckt Und geguckt, welcher LKW vor dir ist Hahahaha Oh, ich hab jetzt 100 eingestellt auf dem Tempomaten Danke, ich kann hier grad wieder nicht schneller als 90 fahren Weil ich so einen externen Aufprach genommen habe Aber wir sind ja gleich da Hm Boah, jetzt ist hier nur 48 Radarkontrolle Boah 48 sind... Boah, knapp 90 AMH Ne, ne, 48 kmh sagt er, mein Gott Was? Ja 30er Schild, 48 kmh Achso Ich dachte, 48 50 ist dann 80 und... Ja Zack, und geblitzt Toll Da war noch einer Weißt du, wir haben doch genug Videos Ich hoffe wir mal, dass das bei dir am Ende sind Ne, ne Da wurde ich bislang erst einmal geblitzt Und das mit 4 kmh zu schnell Wow Du wirst ja langweilig Schon mit Toleranzabzug? Ja Ach Und dann haben wir noch ein Follow Irgendwie noch ein neuer Follow-App Ja, MonsterEye, dankeschön für dein Follow Ich lass ihn eigentlich schon Äh, 450 Hey Geht vorwärts Dafür, dass ich schon fast 2 Jahre... Ja Dafür, dass ich schon fast 2 Jahre streame Du weret grün da Das sag ich bei VOT auch immer Weret grün da, aha Weil deiner Wehnacht drin ist Da geht der Motor aus Ja Ja, genau da wo die... Ampelgrün wird Geht der Motor aus Ist halt typisch Ja, wie sollte auch einer sein? Ich muss mal was mit der Garage gucken Inzweck, ja Ach ja, danke Wie viele Kilometer habe ich jetzt? Ich kann heute keine Heavys fahren Wieso? 167 groß War das eigentlich Irving Oder wer war das nämlich das mit den Leichten Mets und mit den Lights Wo man da wie fahren muss? Irving glaube ich, ja Irving, ne? Wo auch die WN8 einfach mal rapide Senkrecht hochgeschossen ist Bloß bei mir funktioniert das eigentlich wirklich So Aber mir ist echt aufgefallen Viele mit denen ich sonst immer VOT über uns stream gespielt habe Spielen Eurotrack Simulator Ich spiele so viel möglich Wer in meiner Steam-Immothek mal durchgucken würde Der geht morgen noch sitzen, glaube ich Ach, gute Arbeit 1,8% Damage Aber am besten sind halt immer Spiele, die man zusammenspielt Ich hasse das immer so alleine, wenn da vor zu sitzen und Auftrag erfolgreich abgeschlossen Abrechnung Okay Erfolgreich abgerechnet Ich habe jetzt mal reparieren und fahren den LKW So, Kontostand Plus 4991 Ja, kommt vielleicht noch ein bisschen dazu, warten wir noch von den Kilometern Hör mich Hör mich, ich habe übrigens zwei Autos auf dem Armaturenbrett und ein Schneemann, der wackelt Hör mich Bist du denn die ganze Hör mich nicht Na, das von früher noch hier Eispaket Gab es ja damals Anderer Black Ah, okay Au, au Jetzt weiß ich nicht, wer da ist Ähm, ne, das gab damals dieses Eis-Packi-Ohr schon ewig her, jetzt zwei Jahre oder so Da gab's das, und ja, da ist sowas denn mit drin, wie dieser Schneemann, der auf dem Armaturenbrett wackelt, in diesem Wackeldeckel, wenn du nennst Ja, bei mir wackelt ja nur oben der Ball von Rocket Leaks und rechts das... Ja, den hab ich auch dran, ne? Wo kann ich denn hier? Davon hab ich zwei Autos stehen auf dem Armaturenbrett Ah In Rocket Leaks Autos Ich kann eben auch mal kurz meinen LKW reparieren Das war nur die ganz normalen... Hier Aber freue ich mich schon, wenn ich mir den großen Scania kaufen könnte Boah, ich... Können wir mehr Film-Gelder finanzieren? Können wir uns beide gleich hier Ich hab noch 291.000... So, und dann haben wir noch dafür ein Konto Wie auch immer hat das funktioniert Äh... Da muss ich dich denn drüber auszahlen Gehalt von mir, wenn ich's will Ach so... Ach so läuft das... Wenn ich's will... Ach du hast dein Ding schon abgegeben? Dann... Naja... Ich hab einfach so'n Auftrag So... Äh... Aufträge... Schauen wir mal... Frachtmarkt... Was haben wir denn hier von Dover? Boah... Boah... Das, was was 70.000 bringt Weil sagten wir grad, wir haben 160.000... Kommt das hin? Da... Wunderstand irgendwas von 160.000... Geld? 4.091 Oder zählt das für mich als Verfügung Also, weil da 160.000 stand Das war so'n... Das zeig ich dir gleich mal Die Quote von Zumod, äh... Land Deutschland Stadt Hannover Fuck Gott sei Dank, ne... Ist die... Wärenfähige Automatik aktiviert Also würd ich hier gar nicht aus'n' Arsch kommen Mit den 25 Tonnen drauf Alter... Wir haben jetzt auf jeden Fall irre Minus Was? Ja, ich hab grad, äh... Logistikzentrum in... Hannover Gründet Okay Musste erst mal 180.000 wieder reinfahren Nooo... Mache Dann darf ich so ne Aufträge hier nicht mehr machen Welche? Kleine Aufträge? Ne, hier die, äh... Extern Oh Wo du nur 90 fahren kannst Den dauert das ja ewig Ja Warum kann ich denn jetzt hier im Spiel nicht... Ah, da Ich kann nichts mehr... Ah, jetzt kann ich... Reinklicken Äh... Ja, Elias, wo fahren wir hin? Ja, egal wo du hin willst Ja, hast du... Was bringt denn am meisten von den Klientern her? Ja Hat Elias deine Automatik auch auf Lernfähig? Automat? Achso... Wenn du in den Einstellungen, Kontrollereinstellungen wie Automatik auf Lernfähig klicken Dann schaltet der erst bei 2000, nicht schon bei 1500 Umdrehungen zum Beispiel Bis wenn du aus dem Steinbrück raus musst oder schwere Lasten fährst, um einiges besser Ich habe... Hier von Dover nach Warschau was Viel Spaß, oder? 48 Euro pro Kilometer bringt das Alter 70.000 Euro Muss immer, aber Warschau ist going East, gell? Ja, hast du das nicht? Mhm, ich habe nur das Kommen nach hier Okay, muss ich trennen Äh... Ich habe hier noch was... Noch was... Äh... Nach... Schirmark Aber wieder diese komische Strecke fahren, die will ich nicht fahren Da müssen wir verkehrt durch Frankreich fahren, das geht ja auch nicht bei dir, oder? Nee... Wo willst du... Wo willst du denn? Äh... Dann fahren wir nach... Äh... Aalborg Dänemark Windkraftwerksturm Boah, sehr geil So, schon ein leichter Fracht... Ähm... Hm... Wenn ich mit 90 durch den Blitzer fahre, kostet das Geld 5,50 Oh... Ich fahr schon wieder auf der falschen Seite Hups, die war rot Hat keiner gesehen Ich bin jetzt bei 60 von 64 Mit'n Baum Oh... Ja Du musst noch ein bisschen was holen Musst mal die Aufträge angucken, was du machen musst Ja, ich hab ja heute 50 Aufträge abgeschlossen Bitte denn? Äh... Auftrag 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 10 Die du nur einmal am Tag abschließen kannst schon Ja Oder dreimal... ne, dreimal kannst du das ja Oder? Ja, die... Großen Aufträge sind ja wichtig Und du kannst auch... Die kleinen Aufträge kannst zum Beispiel mit jedem Panzer machen Ja, den habe ich ja gerade abgeschlossen Den kann ich, äh, noch... Einmal abschließen heute Ähm... Ne, insgesamt noch einmal abschließen So... Dann... Auftrag 9 habe ich jetzt gleich auch fertig Es ist auch nur 3 Siege Auftrag 1 habe ich schon 7 Mal Aber da kriegst du immer nur die Scheißkiste Auftrag 12 habe ich auch schon einmal Ja, und Auftrag 11 ist scheiße mit den 4 Kills Die krieg ich irgendwie nicht zusammen Bei 3 ist Ende So... Ich soll vielleicht mal auch meine Fracht bestätigen In den Batchett oder sowas Dann kriegst du auch die... Ja, ich war ja schon die meiste Zeit grad Med Weil... Med und TD Weil, äh... Ich irgendwie mit den Heavys grad gar nicht klarkomme So... Hast du ne Batchett rumstehen? Ja, aber die fahr ich nicht so gerne Komme ich nicht so gut mit klar Damit kannst du aber, wenn du nicht ganz so offensiv fährst Ach ja... Titi und nicht so offensiv fahren Genau, immer... Immer... Schön Müsstens vielleicht schon den nächsten Tankstil anhalten Titi fährt jetzt gerade Mutz und hat Himmels Und ist jetzt auf der Gegnerseite nur 3 Neuner Das ist ein VKB, C30 und ne... Äh, ne A-Ti C30 ist... Ich mag ihn nicht Ja, aber der C30 wird nicht auf den Hill hochfahren Ne, das glaube ich auch nicht Dann ist die Pershings oben... Die Super Pershings oben auf dem Hill Dann bin ich schon längst oben Haben wir hier in Dover deine Tankstelle oder... Ach, das ist jetzt ein gutes Gefecht denn War ich hier auf der Autobahn eine? Ne... Auf der Autobahn... Ich hab noch 604 Kilometer Reichweite Ne, ich hab noch 1100 Es geht aber schnell runter Ich hab gerade auch so'n Mega-Trailer dran mit so'n fetten Bagger draußen... Ist der Mutz langsamer geworden, Hermi? Ne... Der ist genauso wie... Wer ist langsam? 50 km? Der war schon vorher 50... Ist die falsche Besatzung drin oder was? Ne, ne 50 km war der vorher schon Ok... Kommt mir irgendein bisschen langsamer vor Genau, Barlow KV2 nehmen... 4x gut treffen... Ja... Davon kannst du aber... Bei dem Matchmaking zur Zeit nicht ausgehen Dass du da nicht recht kommst mit dem KV2 Wo du 4x schießt und 4x killst Oh, hier hat mein LKW doch ein bisschen mit zu kämpfen Mit dem Teil Musst du Landfähig Automatik steuern? Ne, ne... Vom Gewicht her Ich hab Landfähig Automatik drin Und... Was hab ich drauf? 19 Tonnen glaub ich Aber ja nicht viel Glaub ich Guck doch rein 19 Tonnen, ja Ja, aber bergauf war's ja grad Kommt doch an welches Getriebe du hast Na ja, noch 24 Gang Ich hab 6 Gang Was? Ja Ich hab wundert, wenn du nicht aus dem Arsch kommst Ich hab ja schon da 12 Gang und das ist... Ne, ich hab gewechselt von 12 auf 6 Gang Warum? Wird 6 Gang ist was, wenn du leichte Sachen fährst Das zieht auch so Ich kann mich auch schon mal dran gewöhnen, weil ich in paar Wochen ja dann auch nur noch 6 Gang fahren kann So, hast du keine Schaltkuppel dran an dem Lenkrad, oder? Doch schon, aber ich hab den Schaltknopf dazu bestellt Und der hat nur noch 6 Gänge Ja Dann brauchst du aber auch richtig PS wenn du den 6 Gang gefahren willst Ja, jetzt hab ich ja grad 580 Ja, dann musst du denn mit 900 PS Ding haben Ach pfff Wie ist der denn gefahren, Junge? Der weiß wohl nicht, dass er in England ist, oder? Ne, das weiß ich auch nicht Wow Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich sag's ja auch eben grad so Hä, kommt der auf deiner Spur entgegen? Boah ey Ähm, ich hab mal fix 5000 hier reingefahren Nebenbei Oh So aus der Hand geschüttelt Wann bin ich denn da? Genau Jetzt verpasse ich meinen Truck erstmal ein bisschen weg Okay, erstmal mach ich hier beenden Feichern Bisschen schnell in der Kurve gewinnen Immer noch ein bisschen Ah, eh Puh Wie der starb Auflieg hast du auf Kannst du nicht fahren Aber ob das Panzer sind oder LKWs Boah Sag Geld an Beende richtig den Den Auftrag Im Dings Gibt's doch kein Geld Ich muss mich da neu verbinden, denn Ich beende den gleich Den Auftrag Kann ich mal Ich bin aber noch nicht so weit Jetzt kann ich auch beenden Jetzt kann ich auch beenden Ach, da kennt dich einer Ich ihn aber nicht Hat das so geschrieben? Ja So, Heimdi, ich habe abgegeben glaube ich Ne, laut Abrechnung Also du hast noch keinen Ich habe gerade drauf geklickt Oh, ey, das ist super Also bei mir funktioniert das wunderbar Ich muss, ich muss aus dem Also der Auftrag, da muss ich unten auf Der fährt noch mal Der fährt noch mal Wo hier die Fracht hingeht Die ich gerade auch noch Will gucken So, man fickst so Um Scania-Händler meines Vertrauens Lieber hier 5-Mail gucken, ey Bevor man um eine Kurve fährt Naja, schon wieder hier wie die Das wird verdammt knapp mit Knapp mit den nächsten Tagen Ja Ja Bis Lillet kommt keiner Dann fahren die in eine andere Richtung Gehen Haben wir dann wieder über die Langstraße Ich hoffe es nicht Dann fahren wir am Calais vorbei Und dann müssen wir links Ich glaube ich Dann haben sie über Duisburg schickt Wird jetzt 90 eingestellt Wissen die Spritzbahn fahren Ja, aber da... Warte mal Da die nächste Tanke Ja, wenn wir da vorne dann... Also laut Navi kommt eine auf der Strecke Ich weiß nicht wie weit die jetzt weg ist Ich zieh mal rüber, dann kann ich die raus Der zieht auch gleich raus, ey Ja, die will doch einfach so rausziehen, dass sie auf die nicht Achtung, 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 Achtung Ja Jetzt vertrefft uns nicht Das ist einer, ey Ja Letzten Moment Boah Was ist denn hier schon wieder? Das ist nämlich die Strecke nach Dispo Wollen wir da geradeaus ein paar Fighter fahren? Wir fahren links Weil da ist auch eine Tank oder so? Kapital Ja, sie sind gleich los Servus Vorsicht Sagen wir mal schön langsam Wir haben Zeit, oder? Ja, wir sind grad Höhe Calais Er ist auch konkret ausgemacht Kann man das so auch ausschalten oder muss er den Sound runterdrehen? Ja, das kann man so ausschalten Und zwar oben am Funkgerät, der ganz linke Knopf Also ist hier einmal ganz Schau mal, wo das Funkgerät eingesteckt ist Und rechts dann hier bei der Runde Du musst einfach drauf blicken Okay Aber Erwin Warum mich hier gar nicht wirklich 80 zu freuen Aber da stehen sie schon wieder Hohohoho Du hast gewusst, dass er hinten reinfährt Unfall gehabt, oder was? Nee, hier ist einer reingefahren Mir? Ja Wieso hab ich gar nicht zum Prachtmarkt? Er hat das hinten drauf gefahren Dann ist er stehen geblieben, weil er hier dicht kramt hat Da hat er fast keinen Schaden bekommen Aber ja So, ich bin noch offline deswegen Achso, ich bin noch offline deswegen Ja, du wirst... 130 Ja, steh dich aber noch vor mir ist einer und dann kommst du Ich glaube schon wieder einer von hinten angeschossen, ey Ja, das ist ja... aber jetzt kommt noch ein MN Ey, das ist Wahnsinn, Dina hat gerade mal Danke gesagt Wow Wow Das war knapp Da vorne ist die Tanker Oh ne, jetzt ist sie auch noch auf der anderen Seite Ja Wenn man umdrehen würde Geh los Fum Palla Zieht doch ein Auto aus dem Rand mit den Formeln entgegenkommenden LKB Jetzt fährt jeder die Bahn BATINER ist frumos Sao Mori Motor Ich hab' die Straße Scheiße Ich hab' die Straße Ich hab' die Straße Seh' weg, ey Es ist echt eine Scheine, dass Tankstellen keine No Collision Area haben Auch realistisch, halt, ne? Ja, das stimmt Ja Kannst ja weiter... Ohhhh Kannst ja weiterfahren und gleich irgendwo restieren bleiben Ja, ja, ich... Such mir da ein Plätzchen Und jetzt sie gerade weg Alter Jetzt hast du von der Tanker weggefahren Wo ich steh' hier jetzt Äh, ja, Eiborg 15 Tonnen 15 Tonnen Die Leute haben auch komische Namen Die Leute haben auch komische Namen Oh! Wer soll sich die denn merken? Abloventrix Wenn du losfährst, sagt Bescheid Ja Ja Und da an Hallo's Machen wir gleich erstmal hier die... Zeh'n den vorbei Dann kommen noch zwei, dann fahr' ich Achso, okay Ich bin auch schon wieder Kohlefahnen, ne? Oh, hier vorne ist ein Unfall passiert Oh, hier vorne ist ein Unfall passiert Der nächste kann bremsen Oh, hier vorne ist ein Unfall Джai Ich glaube nicht, wenn du das nicht Oh, hier vorne ist das Problem. Hier und geht es ein Unfall ist Oh, hier vorne ist es Oh, hier vorne ist es Oh, hier vorne ist das Oh, hier vorne ist es Wegen hier so viele LKWs rumfahren sind hier auch garantiert extrem viel kaputt dabei und die geht dazwischen durch den Motor aus Ja, seh dich Ah, Junge, Junge, Junge Neben kommt ein Auto, holt, genau neben mir, schön Spielgegenverkehr kommt gleich Hier ist gerade einer entgegen gekommen, der Name war schwarz-weiß-roß und der LKW auch Manche haben bestimmt so schlechte FPS, dass sie kaum fahren können Guck mich nicht wundern Oder durch die schlechtes Internet Das kommt noch zusätzlich, wenn ich gucke, was für ein Ping hier manche durch die Gegend eiern 200er Ping, 300er Ping, 300er Ping, da hab ich damals Counter-Stack 1.5 mitgespielt Wenn ich ETS war, hab Schlagenkabel ganz einfach Und 300er Ping, das war damals ein Durchschnitt Boah, jetzt kippt hier ein LKW um Okay, ich bin schon einfach gegen den Haus Ach du Scheiße Oh, weg ist er 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 Jetzt fährt meine LKW nicht vorwärts Und jetzt? Soll Gas geben im Gang oder? LKW wohl grad nicht fahren Keine Ahnung warum Oh, weg ist er Oh, weg ist er Schön, in der Kurve geholen Kommt immer gut Wie schnell fährst du? Ich fahrs 70 Ja, ich krieg dich noch Ich würd sagen, dass wir hier durch nicht so zusammenbleiben Eher danach Okay, weil ich fahr grad 86 um da schnell von denen wegzukommen Wir haben ja hier dann versucht zusammen zu bleiben, aber Könnt ihr auch mal schnell fahren? Also ich fahr grad schon wieder 120 Nein, ich fahr jetzt 100 Umso schneller du fährst, umso schlechter kannst du lenken Ja, man muss nur vorsichtig sein Lenken Zack, ich nehme 90 Grad anschlag nicht Ja, er fällt der Tastatur Na gut Wund schon wieder einer von hinten angeschossen Ja, die kommen ja alles, die überrunden mich Und dann... Wir werden nur ganz kurz antippen Und dann kommt man da auch ganz gut rum Ist die Schrank unten? Ja Gott sei Dank Wie auch immer hier links irgendwo stehen Und auf ihre Kollegen warten Boah Jo, ich seh das gerade so Aber auch recht ruhig im Chat, ne? Ja Ich hab schon gedacht, bei mir hackt das wieder Ja, Black Ja Das sind hier wirklich Elefantenrennen, ey Ich meine, wenn wir vernünftig fahren wollen Also richtig so auf Simulation Dann müssen wir ja auf EU1 gehen Da ist ja Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90 Aber Er ist ja ewig Achtung, der ist an den Graben gefahren Ist das euer Ernst, Jungs? Ich steh auf eurer Schranke Ja Alter, der Mann ist kein D-Zug Nee Aber er fühlt sich doch nicht Jawohl, lobe mich aus, das kann ich nicht Manche fahren die Drecke auch einfach nur Um mir zu treuen oder so Um Unfälle zu verursachen Ja, auf EU2 ist das Soll das wohl ganz schlimm sein Gestern bin ich auf EU3 gefahren Da war es auch nicht viel besser Jetzt fett der hier so langsam So eine Schleicher Alter, komm doch aus dem Weg Nicht sein Kackdeckerwegen Was hat er denn jetzt hier? Was will den nicht überholen? Normalerweise ist es ja heute ein Verbot Aber manche überholen trotzdem Da liegt eine Ecke auf der Seite Auch das gesehen Oh, hier wird schon wieder voll 32 Leute 50 Alter Schwede, jetzt gehts hier rund Oh, ich bin in Hamburg 55 56 Ich habe 22 Oh, ja, ja Ja, schön mit mir hinten eine Räume raufgenagelt Boah, ich habe gerade noch gebremst 57, Mann Ach du Scheiße, guck dir diese grüne Die blauen Punkte auf der Kanzler Ja So, Mann, wir haben mich jetzt hier von rechts Scheiß Auto Von mir durch den Häuschen Von mir durch den Häuschen Auf Wisch Auf Wisch Von mir durch den Häuschen 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 Alter Schwede, was ist jetzt hier los? Der eine fährt auf die Brücke daneben Irgendwie drauf Scheiß Mann, was ist hier los? Sehr weg Haha Gib Gas Ja, Micky Ah Ich bin mal Mal sehen, ob ich hier raus bin Wow Yay, ich bin dran vorbei Ich bin dran vorbei Kannst du überlegst, dass normalerweise Leute, die von gestern von der Autobahn kommen, eine Vorfahrt haben? Ja, deswegen bin ich ja angehalten Ja, Trucker-Treffen, genau Oh, das war schon wieder viel zu schnell Das ist auch ein sehr großes Trucker-Treffen Ich bin weg, nur noch 40 So nicht mehr so Wohnen wie Felder Stau, 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 Stau Ist immer wieder aufregend Ja, ich glaube das jetzt Stau-Simulator Wow BAM! Vollschild mitgenommen Oh und wieder Geld in die Kasse gespült Ja, waaaaaah Hier ist noch ein Auto auf unserer Spur Ambo Kanota, was ist hier noch? Hier Wusste ich, soll man da hinten gucken? Warum? Ist er hinter mir oder? Ach, Pablo Ventrix ist hinter mir Aha, cool Dream Sniper Ja Ich bin der Fünfte hinter dir Was ist jetzt hier los? Toll Warum hängt der jetzt mein LKW fest? Oh, ich mach F7, Enter Ah, nee Tut mir leid, aber Was? Konvoi, war du Konvoi Was? Ich hab mir auch eben grad jetzt festgefahren Oh nein Oh, was kann ich nicht Oh nein, wo bin ich denn jetzt gelandet? In Rotterdam Alter Leck mich am Arm Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? 67 Leute Das ist hier richtig Ich fahr' grad mit 4 FPS Der FPS geht, aber Ich krieg schon wieder keine Aufregel Ich fahr' aufregeln Ich fahr' aufregeln Ich kann euch anderen zu ziehen Einfach raus Wo ihr siehst Ich fahr' mit der San Mercedes Ich fahr' mal grad rechts Ich fahr' mal grad rechts Ich fahr' aufregeln Ich fahr' aufregeln Ich fahr' aufregeln Alter Schwede Ey Die haben doch alle hier Boah, ich hab's geschafft Die rauchen doch was Falsches hier 77, warte Schnell durchziehen Fahr, 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 fahr Ja, du sagst es Durchziehen ist die richtige Ne? Was denn? Gerne bei den Leuten, die da fahren Mit dem durchziehen wahrscheinlich schon Der richtige Der richtige Ansatz Ja Boah, was Einschalten die da? Links, links, links Weg, weg, weg Weg, weg Ah, ist noch ein YouTuber hinterher Zumindest, dass du hier bist Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Die Beko Hände entdeckt Egal, die Beko will keiner fahren Man fahr' hat früher mal die Beko gefahren, ey Das war aber auch ein Mercedes Pablo, bist du noch hinter mir? Es sind beide hinter dir Okay Pablo, Hendrix und ich Was war... Wo bin ich denn jetzt hängen geblieben? Alter Ich weiß nicht, wo ich grad hängen geblieben bin, aber... Ich hör's doch noch Hermi, du bist nicht irgendwo Du bist einfach nur so hängen geblieben Aber lieber hängen geblieben, als äh Al, 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 al Zurück geblieben Al, al, al Oh, super Oh, super Auf 2,3% ist jetzt schon der Anhänger Schaden Ich hab' mir nicht hinzukommen Ey komm, fahr' du mal die Strecke da nach Dover Ne, wer ist denn Eigentlich so blöd und fährt da lang Ey, nicht wieder lang, ey Nehm' da oben das Flugzeug Was wär' denn noch nicht? Wie soll mal das SLT DLC hier Online und so machen? Das wär' geil, wenn du wohl Richtig fette Sachen fahren kannst Verschwör' ich Endlich, man kann in Ruhe fahren hier Mach' gut, ey Aber ich fahr' jetzt grad ne neue Strecke für mich Oh, was ist da vorne los? Das macht mir schon wieder Angst So viele blaue Punkte machen wir ja jetzt Angst, ey Ah, ich seh' das grad, Pablo Der hat nen Rückwärtsgang hier eingelegt auf der Autobahn Oh, nicht schlecht Macht Sinn Mach' ich auch immer Auch so im Frühlein Einfach mal Rückwärtsgang reinhauen Warum ist denn hier jetzt nur 50? Blitzer? Jaa 50 sonst wäre 80 sein Dieser 50 Acker leckt der Ne, drühe Was? Ich bin 55 gefahren und weggeblitzt? Was? Arsch Ich hab' ja kein gewisse Vorbild in so Ich häng' dran als Streamer hast du eine gewisse Rolle und Verantwortung Ja, ich bin extra langsam gefahren Ja, ja Boah, 85 eingestellt Ahhhh Der Pablo liegt Also ich hab'n Ping von 40 Ist auch ganz schön hoch Wo siehst du das? Wenn du Tab drückst Dann siehst du auch wer in deiner Nähe ist Jaa Achso, da ist der Ping Ja, 60 hab' ich Wahrscheinlich bei mir dran liegen, dass ich weil ich streame Weil sonst hab' ich auch so'n 30er Ping 60 ist nur normal bei mir Irgendwann Mehr kann unsere Holzleitung hier wahrscheinlich Jaa Na vor mir dann Oder was finden wir uns da vor mir So lange nicht wieder sowas passiert wie vorhin in England Dass uns mit mal was entgegenkommt Jaa 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 Ich hab' mal hat hier drinnen jemanden Unfall gebaut in diesem So Warum Ich bin Wer auf den Teufel spricht Was sollte denn Blitzen jetzt gerade Ich bin ganz normal gerade gefahren Wo soll ich's gegen das Weiße gekommen? Nein, ich war mitten Laut meiner Anzeige war ich mitten von der Straße Erhöhung des Anhänger Schadens auf 20% Jaa Facht eine Wegschmeißung Ey, glaube ich haben 40, Anhänger 15 Unfassbar Mal sehen wie lang das gut geht Da bin ich doch der einzige der hier coole Pugifilmer fährt, ja? Ey, das ist unfassbar Bin da wirklich nicht, laut meiner Anzeige nicht gegen gekommen Ey Sorry ihr beiden Ja, nicht schlimm Geld für mich keine Rolle Manche fahren hier ohne Licht durch die Gegend, alter Ja War da nicht was von Licht ist Pflicht ab 19 Uhr oder so? Ja Von 18 bis 18 Uhr? Ne Von 18 bis 6 Uhr? Ne 19 Uhr ist auf EU2 Musst du mir ja gleich melden, so ne Typen Was sagst du, ist jetzt meine LKW noch nicht ausgegangen? Meine ist eben dort schon während der Fahrt einmal ausgegangen Aber 41% Ja Rollballo Ähm, fühle ich gut Kann ich so nur unterschreien Ja, eigentlich kann ich die Fahrt wegschmeißen, ey Wissen, wenn du umziehst, würde Hermie das auch machen Ach, bist ja sowieso nur Kleinkram Scheiße, einfach weg Ne, aber 20% glaub nicht mehr, dass die das noch annehmen, ne? Bringt nix Noch 20 Ich weiß nicht Boah, probieren kannst du, besser als umsonst dahin fahren Ne, ich würde jetzt sonst hier Klar, die nächste Hier, Osnabrück In der Werkstatt fahren Den nächsten Auftrag annehmen Oh, ist das ärgerlich, ey Oh, ist das ärgerlich, ey Mit Standlichter, der durchgehe ich, Alter Lass von LKW einmal rausholen, ne? Ja Pablo ist gar nicht mehr in der Nähe, der hat uns schon, der ist schon abgehauen Sonst hat kein Bock mehr auf uns Gleich nachvollziehen Da sind zwei anderen hinter uns Ach, du bist ja auch gleich in Osnabrück Ich hab grad gesehen, du hast nen Auftrag noch Ja Darum hab ich hier grad was drauf Ike68, dankeschön für dein Follow Und hau doch ab mit deinem scheiß Skoda hier Hi, und schönen vierten Advent Ich würd grad ersten Advent sagen Yo Läuft bei dir irgendwie Alter, ich war hier schon wieder so schnell, ne? Ich muss den Osnabrück neuen Auftrag annehmen Ja Soll das Ike68 heißen? Ich glaube schon, oder? Ja Ike? Boah, die kann hier schon wieder auf dem Standstreifen entgegengesetzt Mit Skodas lang Ihr kommt von Norden? Äh, ne Von... Westen Westen Achso, cool Weil wenn ihr von Norden kommt, da sind grad drei Mann mit Skodas über der Autobahn auf der falschen Seite Ja, fahr mir in die Pracht mit deinem Kack Skoda, alter Du Vollpfosten Boah, fährt mir mit 200 hier in den LKW Sowas ein Behindertes Und wie viel Schaden hab ich jetzt? Was denn jetzt? Du Schei... Feier ich noch? Du hast... du lagst grad übelst Oh Ist da ne Pracht weg? Oh Oh Maaan Ey Oh doch, fehl von uns Sohne behinderten Mistmenschen Sind fast weg? Ja Mein Motor geht nicht mehr an Ey, geht auch Na gut, im Motor Scheiss Jetzt hab ich seine Richtigkeit Hab ich mal überlegt Also bei mir läuft es noch richtig und noch fahren Mit 47% jetzt am LKW Oh Oh Mann Ey, dieser scheiß guter Typ, ne? So was kotzen wir an Aber er gab Gott sei Dank keinen Schaden Also kein... Wir nehmen die Anzeige Pablo, dankeschön für dein Follow Boah, hör mich 500 bald voll, wa? Ja Was machst du, wenn 500 voll sind? Weiß ich nicht, kommt drauf an Dann je nachdem welche spiel ich denn spiele entweder ein DLC oder... Oder W.O.T. was Weil ein LKW am Knarschen ist Wie die hier, Osnabrück passt auf, sind hier angekloppt mit den Skodas unterwegs Macht mir nix, ich bin sowieso schon oben zum unten kaputt Ja, aber muss ja nicht noch schlimmer werden Wieviel haben wir jetzt hier, Osnabrück? Wie viel haben wir jetzt hier, Osnabrück? Wie viel haben wir jetzt hier, Osnabrück? Wir haben jetzt 17 jetzt, in der Nähe, okay, geht auch Wie viel haben wir jetzt hier Da kommt's gar nicht mit deinem... Aufwege ab Okay, der zu öfter Gang ist schon mal auf Okay, der zu öfter Gang ist schon mal auf Ja... 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 Alter... Das klingt mit dem denn grad ab Weiß ich nicht... Ich war jetzt erst mal in der Werkstatt Ich auch muss Dann geht der Motor wieder aus Ja... 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 Wie geil, der Reinfahren nicht kaputt fasst. Kommst eine Weile zur Ruhe. 24.000. Fahrerhaus im Arsch. Gesamtpreis 51.000. Das wäre auch geil, wenn man hier noch so Schaden hätte. Also nicht nur, den du bezahlen musst, sondern den man auch sieht. Hm. Ach, haben wir eben erstmal zu nicken. Bist du auch da hinten? Ich habe gerade abgegeben. Oh, noch eine Fahrt, dann habe ich irgendein Level 8, nicht ordentlich mal Level 6. So, jetzt erstmal Auftrag abgeben. Ja, Auftrag wurde beendet. Okay. Okay. Ich fahre mal hier zu diesem... ...Kirmengelände da hin. Wir hätten uns auch eine Werkstatt treffen können. Die Werkstatt ist auch schon wieder... ...da ist schon wieder Highlife in Tüten. Highlife Area. ...Verbindung zum Server wurde unterbrochen, was? ... 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 Ja. 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 Ding bling ding, 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 my name is Bont, Wilhelm Bont. Das war's für heute. Alles gut bei dir? Schönen vierten Advent, Dejaster. Jetzt guck dir Dejaster zu, jetzt krieg ich es erst recht nicht. Jetzt guck dir Dejaster. 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 Oh, danke. Annehme da, super. Eine Woche muss man arbeiten, ich bin schon zu Hause. Jetzt guck dir Dejaster. Aufträge. So eine Woche. Ja, kriege ich dir auch noch einen schönen Abend. Und ich geb mir Mühe. So eine Woche. So eine Woche. Ach, erst ab 20.02. Was denn? Bitte. Ha, okay, Elias. Okay. Ich komme weg von denen, drange. Ja, die Trolls sind hier wirklich extrem unterwegs. Und dann fährt noch so ein Hermie hier mit bei, oder? Oh, jetzt stehen sie hier auch schon. Wie fährst du hier? Irgendwie. Er hat das falsche geraucht. Nee, das ist keine Polizei. Das sind einfach nur normale Autos, die einem hier tierisch auf den Sack gehen, aber so richtig. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Garne! 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 Das war's für heute. 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 Ich muss mich jetzt noch überlegen, wenn ich den 720er habe, zu gucken, welcher besser ist. Der 720er von Scania oder der 750 PS von Volvo. Er fährt hier halt rückwärts auf der Autobahn. Weil die anderen hier im Spiel kannst du eigentlich nicht sehen. Aber hat jemand schon... Ja, im echten Leben oder hier im Spiel, Tejasto? Ja, das ist ja wieder... Wir reden jetzt hier vom Spiel. Ich fand den Scania halt schön zu fahren. Der MAN war jetzt nicht so... Der hat zwar extrem viel mehr PS gehabt und war Automatik, aber... Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Der Fahrschul-LKW war ein R360 und der MAN, den ich gefahren hatte, der hat 510 oder 520 PS gehabt. Das war's für heute. Das war's. das sagen viele dass das fahrerhaus ziemlich klein ist also ein guter kumpel von mir der ist von scania auf volvo gewechselt hat mit seinem chef gesprochen aber der firma arbeitet er jetzt nicht mehr aber ging halt darum die wollten eine neue zugmaschine anschaffen der sollte halt weg und er sollte sagen ob er wieder im scania haben will oder im volvo welchen er da jetzt hatte müsste ich aus den bildern raus gucken oder ihn nur mal fragen welchen er hatte hat er halt aufgehört zu arbeiten weil es halt langstrecke war und ja er zweimal wegen sekundenschlaf im unfahr hatte zum beispiel bei der feuerwehr wollen sie alle am liebsten auch immer die die fragestelle von scania haben und kabinen und so was alles von was haben sie mal gesagt von so die kabinen weiß ich jetzt nicht und die sollten auf jeden fall nicht von scania sein wieso findest du mal teile von dem oder was auf jeden fall wieso 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 So cool, so hot. I'll help with that black train for you to make believe me as I'm here to stay. So I'm the way, I'm the way. Oh, I don't really understand that you're having this hard to breathe. Oh, I know if I have to have it because the questions will be. Okay. Hey, number. Hier, Lille, ist schon sehr viel los. Dumbar. Dumbar. Ah. Oh. Amen. Du sollst auch mal dein Verstand benutzen. Oh nein, Kalei Duisburg. Nein, euer Ernst. Oh nein, hier, das geht jetzt schon wieder los. Oh nein, hier, das geht jetzt schon wieder los. Oh nein, hier, das geht jetzt schon wieder los. Was ist die Hölle? Wollt hier eigentlich gar nicht lang. Auf der kompletten Strecke ist hier eigentlich Überholverbot. Oh nein, hier, das geht schon wieder los. Wieder wegen dem Hornochsen von Auto, der überholt. Oh nein, hier, das geht schon wieder los. 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 Oh mein Gott. Ich kann jetzt gerade kurz nicht so wirklich auf den Chat achten, Leute. Ich muss jetzt hier mal kurz mich konzentrieren hier. Die Strecke hier ist wirklich die Hölle. Da vorne schon wieder, wer wem raufgebrezelt. Jawohl, alles im Arsch hier. Das geht schon wieder los. Das geht schon wieder los. Ich wollte den Server bewechselt haben, Leute. Da steht hier einfach nur ein Trailer rum. Hallo, 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 hallo. Das geht schon wieder los. Oh nein, das geht schon wieder los. Oh nein, das geht schon wieder los. Oh nein, das geht schon wieder los. Das geht schon wieder los. Oh nein, das geht schon wieder los. Oh nein, das geht schon wieder los. Wow. Der Victor, ja. 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 er fährt erst mal aus und sagt oh da ist er geschützt ist richtig richtig und gleich wieder zum überholen ausgeholt was ein spinner was ein spinner ja nur ja 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 ich will ja weg und Ich bin der Räum, ich bin der Räum. Oh wow, du findest hier einfach. Oh wow, du findest hier einfach. Ich glaube, ich hab's geschafft. Wir haben ein Report-System hier. Und das ist auch, braucht wohl nicht viele Reports, dass einer vom Server gekickt wird. Und ab und zu kriegst du dann auch einen Bun und nach einer gewissen Anzahl, ich glaube, so wie bei WOT, einen Tag, fünf Tage, drei Wochen und dann... Ich glaube, nach dem vierten Bun hast du einen Permabun deiner IP. Aber dann gibt's einige wohl, die irgend so'n komischen IP-Dings benutzen, um dann... Ich hab' Bock, dass mir hier einer in die Karre reinfährt. Genau, der IP-Changer, genau. Yay, ich bin auf der Autobahn. Wow. Ich hab' die Strecke... Ja, 0% Damage bislang. Sehr gut. Ich hab' dies für Kali mit 0% Damage überlebt. Die Todesstrecke... Die Todesstrecke... Ich... Da hab' ich immer noch nichts raus, wann... wann man rüberfahren muss und wann nicht. alles klar machst du einen schönen abend dir noch alles klar Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab grad bei mir auf das Spiel rausgetappt. Oh ok, mach top. Hey, Evie ist uns da. So your music schaut mit mir auf die Seite mit mir ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Okay. Immer möchte ich aber mit dir zusammenfahren, kleines Peng. So, Geld. Geld? 30.000 noch. Oh, die Filme nimmt. Oh, hast du wieder mit der M40 zugestragen, irgendwie. Böse? Also so richtig mit One-Shots, oder? Okay. 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 All of them. Ehehehehe, I'm not a pizza. Das war's. Ausführen 2% fehlen nur noch Okay Hm Das war's für heute. Was? Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ...... ... ...... Ja, aber es kommt trotzdem gerade ganz witzig an. Übrigens, Nick, ich habe die Strecke Duisburg-Calais ohne Damage durchstanden. Jetzt habe ich den Server gewechselt. Ich habe die Strecke Duisburg-Calais ohne Damage durchgeführt. 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 Ich habe die Strecke Duisburg-Calais ohne Damage durchgeführt, und nachdem also kann. Vielen Dank. 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 Bye... ... 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 wie ich mit der artis spielen kann wow da habe ich meine gravigkeit geschrottet shit ah Wenn man will, kommt nicht wieder. Ja. Vielleicht schwarze Bücher mal. Ja, das war völlig interessant, lieber. Ja, das war völlig interessant. Ja, das war völlig interessant, lieber. Ja, das war völlig interessant. 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 Okay. Ja, das war völlig interessant. 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 Ja. Ja, das war völlig interessant. 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 Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Uh-uh. Wow, 0,8% noch. Okay. Das ist viel. Ganz schön viel. Ja gut, aber lass ich mich raten, er schießt ohne Gold, oder? Okay. 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 Ja warte nun, 7000 Schaden oder 5000 Schaden, das ist schon ein himmelwalter Unterschied. Habt ihr auf dasselbe Gefecht geguckt? Boah, meinst du bei dir jetzt, Erwin? 5k. Okay. Okay. Ah, mein Höchst ist, glaube ich, 6800. Oh, mein Höchst ist, glaube ich. Ich frage mich immer, ich würde mir gerne das Replay mal angucken davon, ich habe angeblich ein Gefecht mit der T10 damals gemacht mit einer Base XP von 2300, ich kann mich nicht dran erinnern. Oh, mein Höchst ist, glaube ich. Oh, mein Höchst ist, glaube ich. Oh, mein Höchst ist, glaube ich. Das ist gut. 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 So, 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 , so, , so, , so, 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 , so, so, , so, 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 , so, 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 , so, , so, 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 , 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 , so, 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 , , so, , so, , so,